Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk bei QSO4U.com dem Tech Talk 27 heute mit dem Invaliden David und dem Tobi und dem ja vollgefressenen Steffen heute ja ich hatte gerade noch so ein bisschen ordentlich was zu essen gleich vorneweg der Hinweis David wird sich dann zwischendrin ausklinken aus Gründen aber das ist okay wir haben das vorher alles schon abgestimmt und das sind wir ja eigentlich relativ flexibel gut erstes Thema Umfrage der Woche der Klassiker ist ja jetzt neu bei uns wir hatten letzte Woche euch gefragt wie sieht es denn bei euch mit Linux aus es gab ein paar weniger Antworten es haben nur neun Leute teilgenommen okay also beim nächsten mal Leute gibt mal ein bisschen mehr Gas wieder die erste Umfrage die war ja wirklich phänomenal von den Teilnehmerzahlen ja und wir haben euch gefragt ob ihr Linux im Einsatz habt und da war schon mal die Aussage sechs von neun Leuten sagen ja also das schon sind schon mal ist schon mal mehr Leute bei ja als bei nein und dann haben wir die Verteilung auf die einzelnen Endgeräte also Desktop PC doch vier Leute hätte ich jetzt echt nicht gedacht also ich habe ich muss zugeben ich habe eigentlich gedacht Linux ist zwar ein Thema aber das ist so ein Thema ist hätte ich nicht gedacht also muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen Desktop vier Leute Notebook zwei Leute virtuelle Maschinen zwei zwei Leute Container sogar drei Leute und das Linux Subsystem nutzen zwei Leute und sogar auf dedizierten Servern haben vier Leute irgendwas also das sind wahrscheinlich die ganzen Admins die alle abgestimmt haben und die normalen User die haben alle gesagt ja unnötig genau also vielen Dank für die Teilnahme diese Woche haben wir jetzt auch wieder eine Umfrage die habe ich schon mal vorgegeben einmal ist unsere Frage an euch wann soll der Tech Talk online kommen also an welchem Wochentag das würde mich mal interessieren dass wir das vielleicht mal ein bisschen timen können oder ein bisschen intern so organisieren können dass es für beide Seiten passt deswegen stimmt einfach mal ab an welchem Wochentag wir am besten den Tech Talk veröffentlichen sollen da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen von den einen höre ich ja mach am Montag wenn die Woche scheiße anfängt dann kann ich den Tech Talk wenigstens am Abend noch hören oder auf dem Weg zur Arbeit oder es gibt Leute die halt dann sagen ja ich jetzt gern zum Wochenende hin oder unter der Woche was weiß ich oder am Donnerstag als Vorfreude auf Freitag whatever stimmt einfach mal ab wann soll denn der online gehen an welchem Wochentag und dann gucken wir mal wo da der Trend hingeht und die zweite Frage wäre zum Thema Corona App die ist ja jetzt in den Startlöchern wir haben uns ja schon das letzte Mal über das User Journey unterhalten ja würdet ihr euch die installieren ja oder nein genau das wäre noch mal ganz interessant weil das ist dann auch gleich noch Thema David du hast ja auch da was dazu zu dem Thema zur Umfrage Corona App und es sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus ehrlich gesagt also bei den Umfragen also ich habe mir da mehr auf Ja das stimmt genau also eine Umfrage unter den Bundesbürgern hat ergeben dass diese Corona Warn App die entwickelt werden soll wofür ja auch unter anderem schon Google und auch Apple diese Schnittstellen im Android oder in iOS nachgerüstet haben dass 42 Prozent der Befragten laut dem ARD Deutschland Trend eine solche App zur Nachverfolgung nicht installieren würden installieren würden Entschuldigung 39 Prozent würden sie nicht installieren und 16 Prozent der Befragten gaben an dass sie kein Handy oder ein Smartphone besitzen die meisten haben begründet dass sie diese App nicht nutzen würden und zwar 45 Prozent einfach aus Datenschutzgründen Überwachung oder Persönlichkeitsrechten und 13 Prozent sind der Meinung dass eine solche App funktioniere nicht oder bringe nichts oder andere Maßnahmen seien besser also so ganz der Burner ist es nicht und naja ich meine aus so vergangenen Projekten die man in Deutschland mal hatte auch zum Thema Digitalisierung und IT die sind ja auch immer nicht so richtig angelaufen also ja hör mal wenn die Telekom und SAP irgendwas machen dann ist es doch auf jeden Fall gut naja ich meine wir haben ja schon einige Sachen in den letzten Folgen besprochen also auch die Thematik Bluetooth und werde ich dann auch als Infizierter erkannt wenn mein Nachbar der über mir wohnt infiziert ist und dann der Bluetooth oder das Signal durch die Decke geht oder durch die Wände schwierig das ist halt so die eine Geschichte die technische Geschichte wo wir halt als Techniker vielleicht sagen ob das so gut ist ich meine da gibt es sicherlich irgendwie Methoden das vielleicht verbessern zu können und dann hast du halt noch die Geschichte mit der Abdeckung da war ja irgendwie die Aussage 60 Prozent der Bevölkerung muss es installiert haben oder waren 60 Millionen ich glaube 60 Prozent ja genau 60 Prozent damit es überhaupt irgendwie nennenswerten Erfolg hat und dann hast du halt noch so Geschichten das ist mir neulich erst so gekommen wo ich mit einem Kollegen mal drüber diskutiert habe du musst ja überlegen die Leute die kein Smartphone haben die waren ja jetzt auch in der Umfrage mit drin sind drin dann gibt es vielleicht noch ein paar Prozent der Leute die haben zwar ein Smartphone aber die haben so ein altes Smartphone dass die App da drauf gar nicht funktioniert die vielleicht gar keine Play Services mehr bekommen und gar kein Play Store und den Quatsch runterladen können die sind ja auch mit Android 4 oder 5 unterwegs also allein sowas genau und da musst du ja noch bedenken was ich mir auch spannend vorstelle überleg mal wie viele Menschen wie viele alte Menschen wir haben die in Heim oder sowas geben die ja an für sich noch nicht mal Zugriff auf sowas haben wie willst du sowas da einführen vor allem ganz ehrlich auch wenn ich meine Eltern anschaut die haben zwar ein Smartphone aber die tragen das nicht unbedingt immer bei sich ne das ist ja auch also das erlebe ich so oft bei meinen Eltern dass die irgendwo unterwegs sind ja dann versuchst du zu erreichen ja Smartphone hier gelassen also super wunderbar dafür brauche ich ein Smartphone ja und das Ding ist ja auch noch dann hast du die Fraktion noch so hart wie es klingt aber die gar nicht wissen wie eine App zu installieren ist die haben einmal ihr Handy bekommen da wurde ihnen WhatsApp eingerichtet und seitdem ist da nichts mehr passiert und das ist so halt keine Ahnung jetzt wenn ich mal an meine Oma denke gut bei ihr könnte ich das vorinstallieren alles gut ne aber wenn es es gibt sicherlich Leute die haben einfach ihr Smartphone mal eingerichtet bekommen durch einen Bekannten oder vielleicht durch den netten Mediamarkt oder es gibt auch andere Märkte Mitarbeiter das ist wahrscheinlich dann eher bei alten Leuten oder halt bei technisch unversierten jetzt keine Ahnung die mittelalte Hausfrau oder der mittelalte Hausmann Software hat ja genau funktioniert halt und da siehst du halt dann schon relativ schnell die Prozente in Keller purzeln und dann hast du halt auch noch die Leute die halt dann den Aluhut aufhaben oder die Leute die halt so aus Prinzip sowas nicht machen würden so und dann bist du ruckzuck bei vielleicht trotzdem nur noch 30 40 Prozent ja und dann wird es halt interessant ne aber gut ja wir müssen ich glaube wir müssen das Thema gar nicht so weit ausdehnen ihr habt jetzt glaube ich schon alle so ja verstanden was so unsere Punkte sind und was wir da kritisieren können oder wo wir denken dass es da problematisch ist ich meine ich würde es mir ja wünschen wenn es funktioniert und wenn wir die Bedenken alle umsonst sind aber dafür hat das Projekt eigentlich schon völlig falsch angefangen ich ehrlich bin ja das und dann die ganzen also unabhängig zu denen die es nicht installieren wollen dann auch die ganzen Bedenken also es ist halt schwierig ja also ich bin gespannt wenn dann die App wirklich mal rausfällt die soll ja jetzt ich glaube Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats also Juli dann irgendwie rausfallen und dann können wir ja nochmal hier drüber reden dann werde ich sie natürlich auch installieren und mal gucken wie das dann abläuft allein schon diese Meldewege die ich jetzt auch mitbekommen habe dass dann halt du irgendwie den QR-Code bekommst oder so eine Art Token den du eingibst wenn du infiziert bist und dann wurde ja mittlerweile jetzt schon ein Serversystem auf GitHub veröffentlicht also wie dieser Notification Server dann aussehen soll und was auch witzig war die Telekom rechnet für CDN also für das Content Delivery Network 4 Terabyte Traffic irgendwie im Monat oder irgendwie sowas und da muss die ein bisschen schmunzeln weil ich könnte mir vorstellen so CDNs wie Akamai oder Cloudflare die lachen sich schief die sagen oh süß 4 Terabyte und für die Telekom oh 4 Terabyte müssen wir mal gucken aber gut das können die ja dann da kann die Telekom ja dann oder die Bundesregierung die kann ja dann Speed On oder Fast On oder wie das heißt bei der Telekom kaufen damit ihre App im Netz priorisiert wird wie Spotify oder so ja es ist schon ein bisschen absurd aber ich bin gespannt wie das weitergeht wir werden drüber berichten und stimmt ihr mal ab ob ihr euch das installieren würdet und ja das würde uns mal interessieren und natürlich Meinungen wie immer in die Kommentare oder an die E-Mail Adresse techtalk at kursofu.com gut dann jetzt weiß ich nicht wie ich die Brücke von Corona oder zu einer anderen komischen Firma naja aber gut Ansichtssache naja ja offenbar entlässt IBM wohl tausende Mitarbeiter offizielle Zahlen dazu also genau haben sie nicht bekannt gegeben aber Schätzungen gehen eben von mehreren tausend Betroffenen aus und das Ganze soll wohl hauptsächlich in Nordamerika passieren also in den USA sollen Mitarbeiter in fünf Bundesstaaten entlassen werden Alter oder Firmenzugehörigkeit oder Erfahrung sollen wohl keine Rolle gespielt haben und zwar beruht das Ganze auf einer ich sag mal Analyse eines ehemaligen IBM Mitarbeiters der interne Kommunikation auf Slack ausgewertet haben soll IBM sagt oder gibt zumindest auch keinen Hinweis darauf dass das Ganze in Verbindung mit der Corona Krise zustande kommt aber ich meine die ein oder anderen Firmen hat man es ja schon gehört Airbnb, Uber und so weiter oder auch Kickstarter haben ja wohl schon zahlreiche Mitarbeiter entlassen und das würde ja momentan auch so ein bisschen ich sag mal dieses Corona Bild reinpassen bei Boeing soll wohl auch 10% entlassen werden British Airways will auch etliche Jobs streichen und ja die wirtschaftliche Lage ist ja auch immer nicht so toll aktuell IBM hat wohl auch Umsatzeinbußen also in dem Zuge würde es mich nicht wundern Ja mich wundert es auch nicht weil gerade IBM ist ja ein Unternehmen das sehr viel in der Industrie unterwegs ist und wenn Industrieunternehmen jetzt durch die Corona Krise leiden dann leidet natürlich auch IBM und ich könnte mir auch vorstellen dass viele Projekte einfach aufgeschoben werden dass man dann sagt okay ja das ist zwar ein Projekt das wollten wir jetzt mal machen aber das schieben wir jetzt noch ein bisschen weil wir müssen jetzt erstmal wieder liquide werden und gucken dass bei uns alles läuft also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel dass bei der Lufthansa aktuell keine IBM Projekte laufen das ist wohl erstmal ein bisschen vom Tisch aber gut das stimmt mit den Projekten ist auf jeden Fall im kleineren Maß so ich weiß es von Bekannten da ist auch also momentan IT Projekte was das ganze Zeug angeht also was nicht ich sag jetzt mal absolut dringend gemacht werden muss weil irgendwie der Server gerade im Keller weggebrannt ist dann wird es auch momentan erstmal noch geschoben und geschaut wie sieht es jetzt aus ja also da könnte auch nochmal man hofft es ja nicht aber da könnte auch nochmal auf die IT Systemhäuser und Dienstleister auch nochmal eine Welle zukommen also aktuell kann man es natürlich nicht abschätzen aber es liegt nahe dass da halt auch noch was passiert auf der anderen Seite ich bin jemand der sieht es halt auch relativ positiv könnte ja dann auch wieder eine Welle nach oben kommen weil es gehen zwar jetzt jede Menge kleine Betriebe und mittlere Betriebe vor die Hunde höchstwahrscheinlich aber es werden ja auch wieder neue gegründet hoffentlich ähm gucken wir mal und die brauchen ja dann auch wieder IT also das wird wahrscheinlich sagen ja auch irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler dass es wohl eher so ein V-Kurvenverlauf sein wird also schlagartig nach unten und dann halt eben wieder nach oben äh wir müssen abwarten aber das soll jetzt kein Bashing Richtung IBM sein du hast es ja richtig gesagt es sind noch einige andere Unternehmen betroffen und es gibt sicherlich noch viele die noch nicht so äh kommuniziert haben aber wahrscheinlich schon im Hintergrund da irgendwas äh planen einfach um ein bisschen äh schlanker zu sein und dann zu überleben einfach gut äh um dann auch zu überleben wenn auch du Angst hast vor 5G-Strahlung dann nutze jetzt den 5G-BioShield ein stinknormaler USB-Stick als Schutz vor 5G-Strahlung genau dieses Produkt gibt es wirklich äh eine britische Firma bietet das Ganze an für unschlagbare 300 Euro gibt es diesen ja Bio-Schutzschild ähm angepriesen wird das Ganze dass es mithilfe eines Quantenoszillators vor den gefährlichen Strahlen äh schützen soll dank des holographischen Nano-Layer-Katalysators elektrische Wellen harmonisiert und dich somit davor schützen soll ja jetzt haben wir es mal kannst du dir nicht ausdenken das ist einfach und das sind Leute kaufen sowas so ist das ja nicht gut es gab auch mal eine ganze Zeit lang auf AstroTV oder solchen Sachen da konntest du irgendwelche ionisierten Quarzpyramiden kaufen ja da gab es auch mal so eine so eine Säule die du dir in den Garten stellen konntest gegen äh irgendwie Chemtrails und irgendwelche Schwingungen oder so für 5000 Euro bist du da dabei gewesen ja aber also AstroTV das ist äh unglaublich was da teilweise gibt ähm wie gesagt hier Pen-Tester haben das Ganze mal im Reverse-Engineering-Verfahren auseinander gefummelt und festgestellt das ist ein 128 Megabyte USB-Sticks und das macht ja aktuell überhaupt gar nichts ähm ja ich finde den ich finde den netten Beisitz noch gut aktuelle Sticks bieten längst mehrere Gigabyte Speicherplatz ja allein wo kriegt man 128 Megabyte USB-Sticks heute noch her ist irgendwo wahrscheinlich mal ein LKW umgefallen das sind wahrscheinlich einfach alles noch Restbestände von so keine Ahnung Werbegeschenken oder was die man halt ich glaube billig auf so einer Ebay Auktion die unbedruckt sind genau so Rohlinge noch so Rohlinge noch aus einer Ebay Auktion oder irgendeine Kaufhausauflösung ja Lagerhausauflösung oder halt keine Ahnung wenn wenn du den Chinesen genug bezahlst schiffen die 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 alten die alten Sticks rüber das ist kein Problem ja 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 aber so Dinge gibt es irgendwo in einem Bunker aber ich finde das schon krass das ist sogar also interessanterweise noch sagen sie dass das Ganze eine die Nanoschicht der Nanoschicht Betriebsdurchmesser beträgt zwischen 8 bis 40 Meter ja alles klar und das Ganze wurde sogar auf Amazon verkauft das muss man sich immer vorstellen aber gut auf Amazon ist viel aber wir machen mit Amazon dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage dazu achso ja wie gesagt also Amazon war es wohl auch angeboten inzwischen zum Glück nicht mehr ich meine auf Amazon gibt es ja viele Skrill-Produkte aber das ist halt auch so eins davon und das ist aber nicht das einzige es gibt auch noch ganz andere in der Richtung die auch immer noch verkauft werden für mehr als 3.500 Euro Amazon prüft halt auch nichts also die hauen das einfach raus und fertig das ist das Problem jetzt noch die wichtige Frage dazu was mache ich wenn ich außerhalb diesem Bereich bin also kann ich mir so ein Ding auch fürs Mobiltelefon kaufen aber wie wäre es einfach an eine Powerbank anschließen oder genau und dann immer mitnehmen kannst du nach gleich an den Alu anklemmen die Frage ist was ist wenn du das Ding an so einer Powerbank anschließt und dann stehst du neben einem Mobilfunkmasten prügelst du den dann weg oder wie ist das dann ja das gibt so so eine Resonanzkatastrophe einer von beiden platzt dann verrückte Dinge aber leider leider wahr ja links auf jeden Fall in den Shownotes also alles was wir hier besprechen für die Leute die neu dabei sind ist natürlich alles verlinkt könnt ihr euch alles noch mal im Detail anschauen und auch so skurrile Sachen wie den Anti 5G Stick den es natürlich nicht gibt aber gut versuchen wir halt damit Geld zu machen ja aber die Sachen gibt es nämlich die die Apobank von der ich vorher noch nie was gehört habe die Apothekerbank ist eine ziemlich ziemlich große Apothekerbank ja gut sehr sehr viel Geld dahinter ja gut das ist halt aber wie gesagt in meinen Kreisen ist niemand bei der Apobank aber gut ja und die haben scheinbar Probleme ja ziemlich also die Apobank hat ja den IT-Dienstleister gewechselt ich ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen aber die sind jetzt sie waren davor wahrscheinlich bei einem Besserdenk ja anscheinend schon ja die haben auf jeden Fall zur Avalok gewechselt das ist eine Schweizer Firma wenn ich es richtig im Kopf habe und ja die Umstellung läuft nicht ganz so reibungslos also momentan ist keine Bearbeitung von Daueraufträgen und Buchungsvorlagen möglich Geldautomaten funktionieren nicht mit der Kreditkarte Geld abzuheben ist auch nicht möglich die in der App kann man wohl auch einige Sachen nicht nutzen oder aktivieren und das sind jetzt nur so ein paar kleine Auszüge aus den Problematiken die die momentan haben laut der Apobank selber heißt es dort ganz grob dass die Funktionen temporär nicht zur Verfügung stünden und man mit den Anbietern in Kontakt wäre aber naja es ist auf jeden Fall kein sehr guter Start sag ich jetzt mal und bei so einer großen Bank ist sehr sehr viel Geld dahinter und da geht auch sehr sehr viel Geld ich sag mal verloren in dem Sinne wenn irgendwelche Automaten nicht laufen also wenn man sich mal so anschaut wie viele Transaktionen in ein paar Minuten oder Sekunden bei den großen deutschen IT-Dienstleistern für Banken passieren und dann mal guckt was es heißt wenn so eine Stunde oder so mal eine Bank nicht arbeiten kann da ist richtig viel Geld im Spiel und das ja also das ist nicht schön ja auch als Kunde wenn ich überlege meine Daueraufträge äh Aufträge funktionieren nicht das ist ja wirklich äh ja vor allem stell dir mal vor du willst deine Miete überweisen das geht nicht und sowas das ist halt das Problem wenn da Existenzen dranhängen wenn sowas halt passiert das ist halt richtig scheiße richtig also da werden bestimmt einige Kunden auch ziemlich angepisst sein weil wie du sagst es gibt ja Zahlfristen und wenn du die halt nicht einhalten kannst da durch so ein Mist dann ist es halt echt schwierig ja da frage ich mich halt immer bei solchen Geschichten wird da vorher nichts getestet bevor das live geht oder das ist irgendwie ja ich weiß nicht gute Frage das kommt mir so das kommt mir alles so fremd vor weil ich also wenn ich so eine riesen Migration mache also wenn ich überlege was wir allein bei Kurs of Use Services letztes Jahr gemacht haben um unsere Kundensysteme vom einen Datacenter ins andere zu bekommen da waren monatelange Planungen davor und dann gab es einen Stichtag da wurde in der Nacht der ganze Kram rüber geschoben und äh ja aber das ist ich weiß nicht also bei mir in der Firma wo ich momentan arbeite da gab es ähnliche Sachen durchaus mal aber da war es dann auch so da hat dann der also war die Kommunikation zwischen also zwischen dem ich sag jetzt mal Kunden und uns bisschen kaputt was ist kaputt also die kamen dann auf die Idee ja wir wollen noch Features die eigentlich so damals gar nicht abgesprochen waren und dann hat man wohl auch ich sag jetzt mal Kunden und dann wohl unsere Schnittstellen so ein bisschen vergewaltigt ja das ist äh ist äh momentan halt so ein so ein schwieriges Thema aber normalerweise sollte es eigentlich schon passieren dass davor das Ganze sich mal angeschaut wird aber ja ähm ich finde noch lustig den Kommentar ähm es wäre alles gut gelaufen allerdings funktioniere äh funktioniere noch nicht alles reibungslos ähm finde ich eine sehr nette Aussage dafür dass einfach eine komplette Android-Banking-App noch gar nicht vorhanden ist ja ich meine wir reden hier von Banken wir reden jetzt nicht davon dass irgendwie bei bei einem Hundezüchterverein die Website nicht mehr ging sondern das ist halt wirklich Bankengeschichten also hm schwierig ja sehr schwierig gut äh ja also falls ihr bei der Apo-Bank seid könnt ihr mal schreiben ob bei euch wieder alles geht oder ob immer noch irgendwas klemmt ähm ja aber da gibt es ja also ich bin ja auch erstaunt jetzt dadurch dass es immer mehr so kleine Banken gibt so Direktbanken ähm auf dem Markt was dafür Entschuldigung aber was da für Müll im Moment unterwegs ist man hat es ja gesehen bei dieser ach wie hieß diese Bank da nochmal hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gehabt ein N26 nein ja genau äh genau und äh was die da treiben und äh was da rum auch Fidor Bank ist ja auch so ein Thema da das sind wir ja mit Kurs O4U Services wir werden bald auch wechseln äh zu einer anderen Bank aber äh da haben wir unser Geschäftskonto und was die da teilweise treiben das ist auch ähm schwierig äh also ich meine am Anfang war ich ein riesen Fan davon also auch weil das Ganze halt sehr kostenneutral ablief äh und das hat durchaus gepasst also es war jetzt nicht so eine Vollkatastrophe aber es hat sich dann immer mehr so rausgelegt hm das läuft nicht gut das läuft nicht gut und irgendwann kommst du zum Entschluss ah lass uns dann doch vielleicht mal die Bank wechseln und so weit sind wir mittlerweile aber als Unternehmen Bank wechseln ist auch äh nervig also möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen aber es ist auf jeden Fall nichts was man gerne macht gut ja äh wie kommen wir da jetzt rüber zum Amazon Dinge die auch auf dem Rippen funktionieren große Menge von Geld ja gibt das schon ja genau ja Amazon hat sich jetzt ähm mit Slack zusammengeschlossen und äh ja die Mitarbeiter sollen wohl dann jetzt in Zukunft via Slack kommunizieren also in dem Fall wirklich die Slack Technologies ja meine Freundin fängt an hier zu kochen und Slack und so ne ähm ja genau die Slack Technologies und Amazon Web Services setzen jetzt wohl ähm mehrjährige äh Zusammenarbeit ähm ähm auf ja auf neue Lösungen sag ich jetzt mal und sie wollen somit die Entwicklung neuer Funktionen vorantreiben und äh die Produktintegration verbessern bin ich mal gespannt was da so rauskommt ja ja ich äh muss ehrlich sagen ich ich hab schon drauf gewartet dass irgendwann Amazon sich da irgendwas anlacht weil die anderen haben ja alle irgendwas genau und jetzt äh ist Amazon dann noch komplett nackt unterwegs und äh Slack ist ja durchaus ne Hausnummer auch wenn ich das jetzt nicht benutzen würde und äh wir sind ja bei Kurs O4U immer noch auf der Suche nach ner ordentlichen Chatlösung die man selbst hosten kann ähm aber letztendlich ja Slack war da nie ein Thema ich weiß nicht habt ihr schon mal Slack irgendwie benutzt ja durch den Hackathon jetzt den äh Makers of Spheros oder wo wie er hieß ja ich persönlich glaube es war bei uns mal im Gespräch in der Firma aber ähm ihr habt euch dann für Besseres entschieden ja was ist Besseres also es wurde halt von oben runter so entschieden äh dass wir jetzt Teams benutzen weil es halt schon mit dabei ist so auf die Art es ist mit dabei wir bezahlen also wir bezahlen es eh so halb also man kann es glaube ich auch irgendwie mit rausnehmen aber äh es macht halt keinen Sinn wenn du Office 365 hast und von daher dann ist es da dabei also von ja schauen wir mal ob sich da eventuell nochmal irgendwann was ändert aber ja ja naja gut ich muss ja sagen dass äh Microsoft jetzt auch scheinbar immer mehr Entwickler auf äh Teams wirft ähm und man merkt halt jetzt den Corona-Druck auch bei Microsoft dass die halt jetzt äh ich meine die haben ihre ihre äh ja Nutzerzahlen verdreifacht innerhalb von wenigen äh Wochen und äh dass die halt jetzt mittlerweile anfangen äh da mal noch ein bisschen klar shift zu machen und vielleicht Funktionen mal zu verbessern also man merkt schon teilweise dass es jetzt besser läuft also es ist noch nicht perfekt ich nutze es ja auch tagtäglich äh aber ja es sind auf einem guten Weg würde ich mal behaupten und wie du sagst es ist halt dabei wenn ich Office 365 nutze ist es halt dabei und das finde ich jetzt nicht mal so schlecht ehrlich gesagt gut ähm Dinge die offensichtlich schlecht sind muss kurz nochmal Gluck trinken ja ja immer schön die Stimme ölen hier ja ja ich weiß nicht heute habe ich irgendwie ein bisschen mit dem Hals aber gut ist hoffentlich kein Corona tut mir leid Steffen ganz zur Notschlachtung das war's ja nee das ist äh ich weiß nicht ja es gab einen einen Datenskandal ähm auf YouTube tatsächlich aber ganz analog nur ein ein YouTuber den haben wir hier schon mal ein paar Mal thematisiert äh gelobt und kritisiert äh Itz Marvin ist da ähm derjenige gewesen der der Auserwählte sozusagen äh der das Ganze aufgedeckt hat ja wie ist das Ganze abgelaufen für die Leute die Itz Marvin vielleicht nicht kennen das ist ein YouTuber der macht viel äh Lost Place Videos der macht aber auch so Blaulichtgeschichten und Fahrzeugumbauten und äh für so Filmsets hauptsächlich baut er die glaube ich um die Fahrzeuge ne genau genau irgendwie für so ähm Sat 1 oder RTL Nachmittags äh Aufstreife und Aufstreife im Brennpunkt ja genau solche Dinge und da macht er halt die Filmfahrzeuge foliert er dafür und baut die um und was weiß ich genau und er hat jetzt ähm ich kann ja auch nur das sagen was ich halt jetzt in den Videos Interviews und so mitgekriegt hab er hat scheinbar vor einiger Zeit mal eine Anfrage von einer Zuschauerin bekommen die gemeint hat hey bei uns gibt's hier eine verlassene Klinik Lost Place äh guck da mal vorbei da liegen Krankenakten drin und ähm das ist scheinbar am Anfang hat er das irgendwie überlesen vergessen wie auch immer dann hat die das halt vor ein paar Wochen nochmal ins Gespräch gebracht hat nochmal drauf hingewiesen dann hat er sich die Nachricht angeguckt und hat gedacht okay lass uns da mal vorbeischauen ähm und äh einfach mal das Ganze zeigen und ähm jetzt ist so ein Ding also ich kann jetzt nicht genau sagen ich hab jetzt mehrere Interviews mir angehört es wird nicht so wirklich klar ob er wegen den Krankenakten hin ist oder ob er gedacht hat ach komm das nehmen wir auch noch mit das ist erstmal völlig egal auf jeden Fall ist er dann da hingefahren und oh Wunder der Nacht die Tür stand einfach offen das sieht man auch im Video er hat auch nochmal äh in einem zweiten Video veröffentlicht äh praktisch das das Roh-Footage-Material wo man sieht okay die laufen auf die äh Klinik zu und gehen dann einfach zur Tür und drücken einfach nur die Klinke runter und sind in in dem Klinik Gebäude einfach drin äh ohne dass da irgendwie eine Tür verschlossen ist ja und dann ähm hat es keine zwei Minuten gedauert war er dann schon in einem Raum der im Keller sich befunden hat mit meterhohen Regalen nur voll mit Akten und dann hat er halt mal so eine Akte rausgezogen und siehe da das sind alles Krankenakten gewesen ähm und äh da hat er natürlich dann das Ganze auch verpixelt also es gibt auch ist natürlich klar die Medien haben sich da jetzt draufgestürzt die letzten Tage waren für ihn bestimmt nicht gerade angenehm vor allem nachdem die Bild veröffentlicht hat äh die Headline ähm YouTuber veröffentlicht Krankenakten was ja de facto falsch ist weil er hat die ja ähm verpixelt also der hat also der hat da nichts gezeigt er hat keinen Namen genannt er hat einfach nur gezeigt hier guck mal und das war verpixelt der Text und äh das finde ich auch schon wieder ja sehr fragwürdig wie unser Journalismus aber es ist halt Bild was will man da noch erwarten also da ist es sonst würden sie ja würde ja keiner draufklicken genau und ähm was ich aber auch interessant finde äh einfach die Geschichte es ist ja nicht das erste Mal dass er Kranken äh Akten findet also er hat schon mal oder was ist Krankenakten er hat schon mal äh irgendwelche Akten gefunden in so einer Behörde da war irgendwie so ein Behördengebäude oder eine Schule oder irgendwas abgebrannt äh und da waren teilweise aber noch intakte äh Akten vor Ort gewesen und er hat es dann auch damals veröffentlicht und da war das Medienecho relativ gering also ich ich weiß jetzt auch nicht warum ausgerechnet jetzt alle so äh darauf abfahren er hat dann auch in dem Video in dem einen Interview jetzt erwähnt ähm dass damals bei dem anderen Fall ähm hat sich dann sogar die Stadt bei ihm gemeldet und hat gesagt hey danke für den Hinweis äh wir haben die Akten sofort äh äh vernichtet und so weiter wir haben uns drum gekümmert jetzt allerdings bei der Geschichte ist der Stand folgendermaßen ich meine was er hier macht das sind äh Hausfriedensbrüche Details könnte euch jetzt Felix erzählen Fakt ist auf jeden Fall dass das ein ein äh Delikt ist das muss angezeigt werden ein Hausfriedensbruch wenn zum Beispiel jemand unberechtigterweise auf dein Grundstück geht oder in dein Haus rein oder wie auch immer dann musst du als Besitzer das anzeigen da kann nicht der Nachbar herkommen kann sagen hier äh da war jemand auf dem Grundstück den zeige ich an sondern das Grundstück muss dem auch wirklich gehören so und das ist jetzt in dem Fall wichtig weil die Firma ist insolvent gegangen oder das Krankenhaus ist insolvent gegangen die GmbH die dort gegründet wurde das ist irgendwie eine Ausgründung aus einer Klinikgesellschaft aus Hamburg äh die gibt es nicht mehr die ist insolvent gegangen und das Ganze verwaltet jetzt einen Insolvenzverwalter und scheinbar hatten die halt nicht mehr das Geld um diese Akten irgendwie zu entsorgen zu verwahren wie auch immer ich weiß nicht wie man das bei Krankenakten macht ehrlich gesagt aber da gibt es sicherlich ich meine wir sind in Deutschland da gibt es sicherlich irgendein Verfahren wo man dann sagt okay die müssen irgendwie eingelagert werden und keine Ahnung müssen die auch zehn Jahre aufgehoben werden ich glaube das ist nur bei Finanzdaten der Fall ich meine ich habe auch das gelesen über sogar 30 Jahre oder nicht also ich meine dass ich in dem Zusammenhang wo ich das Video geschaut habe und das gelesen dass sie 30 Jahre aufheben müssen aber ich nagel mich nicht drauf fest ja und ich meine wer solche Krankenakten schon mal gesehen hat oder wer nicht weiß wie sowas aufgebaut ist da ist alles aufgelistet also deine komplette Historie welche Medikamente du bekommst welche Vorerkrankungen du hast also sprich wenn du schon mal wegen einem Durchfall im Krankenhaus warst oder was weiß ich dann steht das da definitiv drin also das sind schon sehr persönliche brisante Daten und da gab es wohl auch eine Zuschauerin die jetzt von ihrem Opa die Krankenakte da rausgeholt hat weil sie gesagt hat sie möchte nicht dass die in falsche Hände geraten so zum Thema nochmal rechtliche Seite also er hat jetzt natürlich eine Anzeige am Hals weil Hausfriedensbruch was aber an der Stelle ein bisschen brisant ist ist einfach das Thema dass die Stadt Büren der Bürgermeister auf diese Anzeige jetzt verweist und kann er eigentlich gar nicht weil ihm gehört das Gebäude ja nicht das ist ja auch so ein Ding in seinem Video sagt er ja auch schöne Grüße an die Stadt Büren er wusste natürlich nicht dass die Stadt mit dem Krankenhaus nichts zu tun hat dass das alles eine private Firma war eine private Gesellschaft war und ja und jetzt wurde da diese Anzeige erstellt die aber scheinbar mittlerweile auch schon wieder völlig hinfällig ist also da braucht man sich keine Gedanken zu machen dass er jetzt deswegen da habe ich auch schon viele Kommentare gelesen hier ja zuerst deckt er das auf und journalistisch und dann wird er dafür eingeknastet also in dem Fall wird wahrscheinlich wird es zu keinerlei Verfahren oder irgendwas kommen also die Chancen stehen da relativ gering dass da irgendwas passiert noch für das Krankenhaus könnte es natürlich anders aussehen da ist es halt jetzt schwierig und da will kommen in Deutschland keiner weiß so recht wer ist zuständig die Zuständigkeit wird von der Stadt zu dem Insolvenzverwalter geschoben der schiebt es wieder zu der Muttergesellschaft die es ja noch gibt die ja noch aktiv ist und das wird da die ganze Zeit hin und her geschoben und eigentlich die Betroffenen die würden sich wahrscheinlich einfach mal eine pragmatische Lösung wünschen dass dann einfach mal jemand reingeht und ja und den ganzen Mist aufräumt von der Stadt oder zumindest so lange verwahrt bis alles gegessen ist und das versteht er halt auch nicht also verstehe ich auch ich ehrlich gesagt auch nicht warum da nichts passiert ja ich habe gerade mal nachgeschaut wegen Aufbewahrungsfristen es kommt ganz drauf an aber gerade bei Behandlung mit radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen 30 Jahre Blutprodukte also alles irgendwie vermute ich mal was da mit in dem Zusammenhang zusammenhängt 30 Jahre Aufbewahrungsfrist Durchgangsarzt 15 Jahre als Beispiel bei Röntgensachen wenn wir kurz runterscrollen da gibt es eine ganze Liste Röntgentherapie Aufzeichnungen 30 Jahre Aufbewahrungsfrist Strahlenbehandlung Röntgenbehandlung oder Therapie auch 30 Jahre ja also in der Regel ist ja mal ich glaube fast jeder ist schon mal irgendwie geröntgt worden kannst du sagen 30 Jahre Aufbewahrungsfrist krass wir können dir das ja mal verlinken ist glaube ich ganz interessant die ganzen Aufbewahrungsfristen da zu sehen lassen wir mal den Link zukommen ja also das ist wirklich brisant naja auf jeden Fall wurde er jetzt durchgereicht durch die ganzen Medien und ich denke mal da wird jetzt also was ihn oder was seine seine Geschichte betrifft wird nichts passieren wie es mit dem Krankenhaus weitergeht werden wir sehen Fakt ist auf jeden Fall die Akten sind immer noch im Gebäude also bis jetzt hat da scheinbar niemand irgendwas machen können wollen wie auch immer ist es schon sag ich mal ein Armutszeugnis und ja David wolltest du was sagen nee wolltest du nichts sagen ich hatte irgendwo gelesen dass sie wohl baulich jetzt das ganze also irgendwie ich weiß nicht die Tür vielleicht abgesperrt haben aber ob das jetzt ne was mich halt an der ganzen Aktion wundert ist dass die Akten da überhaupt noch gelegen haben also normalerweise ist ja sowas wenn ich die die Bude zumach würde ich ja eher davon ausgehen dass man sowas halt zur Vernichtung gibt oder keine Ahnung irgendwie überführt an die nächste Klinik oder an die Stadt oder hast du nicht gesehen genau aber ich vermute mal nachdem er hat es auch gezeigt in dem Video ist ja quasi nichts mehr außer zwei Röntgengeräte und ein paar Rollstühle in dem Ding drin und es hieß ja auch schon ja denen hat irgendwie das Geld gefehlt ja wahrscheinlich ist das auch nicht jetzt das das Prio-Thema vom Insolvenzverwalter schätze ich jetzt mal so in dem geht es darum wie kriegen wir noch Geld aus der Kiste raus und was da drin liegt sind wirklich total Bums und nachdem es eine private Sache ist also private Hand war ja schwierig aber ein Insolvenzverwalter hat halt auch nicht den Datenschutzblick den wir vielleicht haben oder den gerade Leute die sich mit IT-Sicherheit beschäftigen die haben natürlich einen ganz anderen Datenschutzblick aber vielleicht auch Leute die halt wirklich viel mit Kranken eine große Krankengeschichte haben die haben natürlich da auch einen anderen Blick drauf weil sie sagen Mensch da stehen Sachen drin die sollen jetzt nicht unbedingt in falsche Hände geraten naja wir werden sehen wie das weitergeht was auch interessant war fand ich den WDR oder wie der WDR drauf reagiert hat da muss ich nochmal kurz eine kleine Spitze loslassen in Richtung WDR ich meine ich bin sowieso kein Riesenfan von den öffentlich-rechtlichen Medien aber was die sich da also wie wie unprofessionell die teilweise die Interviews mit ihm geführt haben das ist schon Wahnsinn da gibt es eine ich glaube eine aktuelle Stunde oder irgendwas da haben sie also Entschuldigung aber ich habe das Gefühl gehabt das war wirklich eine Praktikantin oder eine duale Studentin oder irgendwas die haben sie dahingestellt ja und da halte ich mal mit diesem YouTuber da und mach da mal ein Interview Entschuldigung und das fand ich total neben der Spur ehrlich gesagt und man hat auch so ein bisschen gemerkt an den Gesichtszügen von Marvin ich meine der ist ja auch mittlerweile ein kleiner Medienprofi und ich meine mal irgendwo gehört zu haben dass er auch eine Ausbildung irgendwie in dem Bereich hat also irgendwie scheint er da jetzt nicht ganz unbewandert zu sein das sieht man ja auch anhand seiner Videotechnik die er da hat und was auch witzig war halt in dem Zuge es gab da eine Schalte da war er einmal drin in der Schalte und es gab eine Schalte da war der Bürgermeister von Bühren drin das Lustige war aber die beiden haben sich nicht gehört aber die sollten miteinander diskutieren das heißt dann die Praktikantin die das moderiert hat die hat dann immer nochmal die Sachen wiederholt dann war Instagram noch mit im Spiel das heißt also irgendwie haben dann die Leute über Instagram noch irgendwelche sinnlosen Fragen gestellt wie zum Beispiel ja warum gehst du in Lost Places rein was er ja schon tausendmal beantwortet hat und dass das sein Kanalkonzept ist und was auch immer alles und also so Offensichtlichkeiten und das hat die halt rausgepickt also scheinbar gab es da auch keinen Redakteur der da irgendwie mal was vorgefiltert hat also äußerst unprofessionell und das Geile war auch noch die Tonverbindung war ständig unterbrochen oder weg oder irgendwas was auch daran lag dass der scheinbar kein gutes Internet hat der Marvin aber als Fernsehsender da komme ich doch vielleicht mal auf die Idee dass ich praktisch die Videospur und die Tonspur trenne dass ich praktisch den Marvin über Telefon anrufe und ihm die Tonspur über Telefon zustelle und die Videospur die hätte ich halt übers Internet übertragen so und dann wäre der Ton noch da gewesen und das Bild wenn halt ab und zu mal kurz stockt meine Güte oder verpixelt ist aber der Ton wäre halt wenigstens da gewesen und dann hätte ich auch den Bürgermeister von Bühre noch mit reinnehmen können aber völlig technisch also hilflos ich weiß nicht was da der WDR getrieben hat also da war ich wirklich wieder mal negativ überrascht und ich habe auch jetzt neulich was gelesen zum Thema das ist auch sehr sehr interessant gewesen zum Thema Schaltenmanagement bei den Öffentlich-Rechtlichen da gibt es wohl scheinbar irgendwie so einen Teleknotenpunkt den es schon seit Jahrzehnten gibt bei den Öffis der ist wohl irgendwo in Frankfurt oder irgendwo so und der koordiniert die ganzen Schalten das heißt also dort gehen alle Signale zusammen also wenn du eine Schalte machst egal ob das der Bayerische Rundfunk ist oder der der Hessische Rundfunk oder der Westdeutsche oder der was weiß ich Mitteldeutsche scheißegal die gehen alle über diesen Frankfurter Knoten jetzt ist aber das Thema gewesen jetzt mit Corona dass die Leute ja auch alle im Homeoffice sind so und dann ist es aber auch so gewesen dass die Leute die im Homeoffice arbeiten und das waren in Bayern waren das auf einen Schlag sehr viele weil der Bayerische Rundfunk hatte irgendwie auch ein Corona-Problem und da waren sehr viele Mitarbeiter in Quarantäne das heißt da haben dann ich glaube sogar der eine Radiosender ich weiß nicht mal welcher das war von den 30.000 die der BR da betreibt von unseren Gebühren der musste sogar komplett aus dem Homeoffice befeuert werden und jetzt hatten die das Problem dass denen ihr zentraler Knotenpunkt völlig überlastet war weil da sich die ganzen Leute eingeklinkt haben und versucht haben die Sendungen zu machen und das ist übrigens auch kleiner Funfact am Rande der Grund warum bei den Podcasts mit dem Herrn Drosten die ja vom NDR produziert werden warum da die Leitung ab und zu so bratzelt gerade in den ersten Folgen weil dieser Knotenpunkt völlig überlastet ist und es ist auch irgendwie völlig unsinnig aus meiner Sicht jetzt erstmal warum man alles auf einen Punkt legt und warum da alle Verbindungen da rein knallen müssen wenn man doch einfach den Herrn Drosten zum Beispiel oder wen auch immer nicht mit Frankfurt verbinden lässt und Frankfurt dann die Daten weiter nach München oder nach Hamburg schickt sondern dass man den Herrn Drosten direkt mit Hamburg mit dem NDR verbindet oder die BR Mitarbeiter dass die sich mit dem VPN Gateway beim BR in München verbinden und nicht mit Frankfurt und dann von Frankfurt nochmal nach München eine Verbindung aufgebaut wird aber vielleicht sehe ich das auch falsch also es ist mir so zugetragen worden von Leuten die da in dem Bereich arbeiten die sich damit auskennen fand ich sehr spannend und auch irgendwie ein bisschen komisch das kommt noch aus der alten Zeit weil früher war das halt zum Beispiel nehmen wir mal jetzt die Fußballübertragungen also Tagesschau äh Sportschau Entschuldigung für die Leute die mit Fußball sehr viel am Hut haben Sportschau und wie hieß das andere Ding noch da die haben ja da so Live-Übertragungen im Radio gemacht das lief halt auch alles über Frankfurt der Vorteil von der ganzen Geschichte war halt du hast diese Signale auf einem zentralen Mischpult anliegen gehabt das lief früher alles über ISDN das heißt da war eine ISDN-Karte dort und die hat dann da in Frankfurt angerufen im Knotenpunkt und dann wurde die Schalte halt in die einzelnen Anstalten was weiß ich Hamburg, Berlin oder sonst wohin geschalten und daher kommt es noch ist aber halt antiquierte Technik weil mit ISDN ruft da schon lang keiner mehr an aber gut es ist halt der der öffentlich-rechtliche Knotenpunkt von unseren Sendern was ich noch kurz einwerfen wollte dann werfen wir rein die von dir als Praktikantin titulierte Frau ist übrigens schon etwas länger in dem Geschäft als Journalist unterwegs ja Entschuldigung das war ein bisschen alles gut ich hab mich das kann ja nicht sein mal geschaut die ist ja auch als investigative Journalist unterwegs aber klang jetzt nicht so als ob das so der Hammer war was die da abgelehnt oder vielleicht soll das ja auch so wirken also ja das das war auf also in meinen Augen war das halt schon sehr improvisiert ich weiß ja nicht wie schnell die zu dem Thema gekommen ist vielleicht ist die da ins kalte Wasser geworfen worden und jetzt macht er mal schnell was drüber aber die hat jetzt nicht wirklich so also so informiert gewirkt leider sie ist weiß ich nicht auch wohl als Instagram Reporterin unterwegs das ist natürlich schon ein Aushängeschild ganz him muss man schon ja das war natürlich jetzt alles auch ein bisschen überspitzt ja natürlich klar aber ne ich sag das für unsere Zuhörer nicht dass jetzt hier von von irgendeinem Medienanwalt gleich was hier reinflattert ne also das war natürlich alles Satire und überspitzt ne aber ähm es hat schon wirklich sehr unprofessionell gewirkt vielleicht war nicht ihr bester Tag was ich auch schade fand das ist mir gerade noch eingefallen die haben das ja nicht mal in einem richtigen Studio gemacht die haben das im Meetingraum vom WDR gemacht also das war auch so ein Punkt wo ich mir gedacht hab okay interessant aber wie gesagt guckt euch das selbst an Links sind in den Shownotes und ähm ansonsten interessante Geschichte hätte ich nicht gedacht dass es so hohe Wellen schlägt ehrlich gesagt gemacht und ich hätte auch nicht gedacht dass wir schon wieder mal über Itzmarin reden aber es ist halt einfach so gut dann kommen wir mal von einem wahnsinn im nächsten und zwar also wer sich den neuen Mac Pro kaufen will hat man ja schon ein bisschen die Kontroverse über die Rollen mitbekommen die hier wurde anscheinnd noch mal ein bisschen am Preis angezogen ich hab mir auch gerade mal bei Apple mal schön in den Shop geschaut wenn man sich einen Mac Pro gleich kauft kriegt man die für schlappe 500 Euro noch extra dazu also das ist also für die Leute die nicht so ein Apple Games ich glaub mein ganzes Gehäuse hat nicht mal die Hälfte gekostet solange du nicht sagst dein ganzer PC hat die Hälfte kostet Steffen du müsstest eigentlich wissen was er kostet weil wir haben das damals weg für die Leute die noch nicht so im Apple Game sind damit ihr euch vorstellen könnt was das für ein Gerät ist das Ding sieht aus wie eine Kälsereibe auf zwei Beinen oder auf vier Beinen es hat so ein bisschen was von so keine Ahnung wie was ich in in den 18 ern Teil kostet auch in der Brotkastenausstattung also im kleinsten was du kaufen kannst 6.000 6.500 Euro also da ist man doch der Meinung dass Apple vielleicht die Rollen damit reinschmeißen könnte aber das ist ja noch gar nicht der Abriss und zwar wenn man schon in die Verlegenheit kam sich so ein Mac Pro zu kaufen und da halt es versäumt hat die schön billigen Rollen für 500 Euro mitzukaufen kann man noch mal ein Nachrüstkit für schlappe 849 Euro kaufen also ich hab die Rollen gerade mal vor mir die sehen schon gut aus aber Leute die gibt's im Baumarkt für 20 Euro pro Rolle wahrscheinlich wenn ich mir da im Baumarkt da kann ich mir auch gute kaufen das ist und die spackst du dann unten ran an dein 6.000 Euro Mac gut also was auch noch geil ist bei den Rollen die haben ja keine keinen Stopp oder so das heißt die rollen auch wirklich das heißt du hast immer so einen beweglichen Kasten unter deinem Tisch der die ganze Zeit wenn dein Gebäude schief gebaut ist in irgendeine Richtung rollt und da gibt's ein Video wo einer das über einen Flur rollen lässt das Ding und es rollt halt also Bremsen gibt's noch keine es wurde auch schon scherzhaft erwähnt ob Apple nicht noch auf die Idee kommen würde da ein Brems oder ein Keil Nachrüst Set anzubieten Eikeil Eikeil den kannst du immer dran denken es ist wie beim Anhänger du musst schauen dass einer vorm und hinterm Rad liegt ja also ich frage mich halt echt was sich Apple dabei gedacht hat ich weiß die wollen es glaube ich nicht verkaufen oder die wollen echt ausreizen und schauen wie die Leute Geld hinschaufeln also ich bin eh kein großer Apple Produkt Fan einfach aufgrund des Preises aber da fange ich jetzt an aber das ist absolut absurd also ich bin der Meinung selbst jeder Apple Jünger sollte in dem Moment sich doch im Klaren sein was er da macht oder er ist einfach so hat auf Kokain oder keine Ahnung dass da dann irgendwie eine Art von klar Menschenverstand verlustig gegangen ist also aber aber hell immerhin man kann mit dem Mac Pro auch Käse reiben das ist in den Shownotes verlinkt auf jeden Fall könnt ihr euch angucken also die Käsereibe also wer zu viel Geld hat kann sich für knapp 6500 Euro eine Käsereibe ohne Rollen kaufen und für 7000 eine Stell mal vor du hast das Ding dann wirklich in der Küche stehen Moment ich reibe mal ein bisschen warm es ist köstlich einfach man kann nur drüber lachen das ist einfach es ist absurd ich bin ja also ich bin ja kein Apple Gegner nicht mehr war ich ja früher mal richtig Hardcore hab ja mittlerweile auch als Zweitgerät ein Macbook bin damit auch so weit zufrieden ich möchte jetzt nicht große Details losbrechen aber ich muss sagen das ist halt völlig absurd und man muss ja nicht bei allen Sachen mit gehen aber es gibt selten Hersteller wo ich wirklich sage da gehe ich bei allen Sachen mit und es gibt einen YouTuber ich möchte jetzt auch niemanden an Pranger stellen aus unserer Tech Blase ich nenne auch keinen Namen der sich so eine Käsereibe gekauft hat und das Ding kommt scheinbar auch über eine Euro Palette wird das Ding angeliefert von der Spedition und das geilste war dann auch so ja der Karton schau allein die Verpackung wie geil die ist und wo ich mir gedacht okay interessant und ja natürlich versucht er das irgendwie zu rechtfertigen hat sich dann auch noch das teure Cinema Display dazu gekauft ich weiß nicht wie viel tausend das noch kostet ja soll er machen soll er damit glücklich werden aber es ist schwierig also sowas werdet ihr bei uns auf dem Channel nicht sehen aber wenn ihr sowas sehen wollt dann gibt es dafür auch deutsche YouTuber oder natürlich auch internationale YouTuber die massenweise solche Videos raushauen und die da einiges zeigen also wir machen das auch gern wenn ihr uns das Gerät schickt also so ist es nicht stimmt also wenn jemand sagt ich hab so ein Ding übrig also nehmen würde ich es auf jeden Fall also definitiv ja gut ne aber das nur mal so am Rande das fand ich ein bisschen lächerlich also der ich weiß nicht ich hab den ganz gern geguckt manche werden sicherlich jetzt schon wissen wer das ist ähm und spätestens jetzt werden sie es wissen der macht im Moment sehr viel Dyson Videos und das kommt langsam echt unglaubwürdig rüber weil immerzu irgendwas von Dyson und das ist so toll und im letzten Video hat er gerechtfertigt äh warum man sich von Dyson ne Lampe ne Schreibtischlampe für 500 Euro kaufen sollte wo ich mir gedacht also äh ganz ehrlich also wir waren mal ein IKEA Lampenschiff fast zu teuer von daher also nein warum sollte man sich für 500 Euro ne Schreibtischlampe kaufen also ne wahrscheinlich würde Apple so ein Ding für 200 rausbringen wäre immer noch zu teuer aber für 500 naja egal gut egal egal da kann man einfach nur das Miemen reinspielen gut dann würde ich sagen kommen wir zu einer nächsten Geschichte da werden auch Dyson Geräte vorgestellt normalerweise und äh Apple eher weniger aber Dyson auf jeden Fall zur IFA zur internationalen Funkausstellung in Berlin die sollte ja eigentlich dieses Jahr äh stattfinden normalerweise aber die findet jetzt halt unter anderen Bedingungen statt naja Corona macht's möglich ähm die wird jetzt in einer Special Edition so hat das zumindest die Messeleitung genannt äh wird es diese Messe geben Special Edition ist in dem Fall äh reine Fachbesucher und Medienmesse also was die CeBet ja am Ende war ähm und es soll dann irgendwie so vier parallele Veranstaltungen äh geben und äh ja da gibt es einmal die IFA Next die IFA Shift Mobility die IFA Business Retail and Meat Lounches äh und ja es wird auch so sein dass man sich da registrieren muss um an diesen ganzen äh PKs teilzunehmen und ähm also wir werden dieses Jahr nicht vor Ort sein also auch wenn es diesen ganzen Tralala gibt für Presse das tun wir uns nicht an wir wollten eigentlich zu einer ganz normalen IFA mal gehen äh und dann erst nächstes Jahr wieder ich meine wir haben genügend andere Sachen die wir hier vorhaben deswegen ja passt es gut äh ich glaube David du wolltest ja jetzt langsam mal abhauen ja das hat man ja schon angekündigt dann ach so ja gut dann bedanke ich mich und dann äh genau bis zum nächsten Mal denk an die Umfrage auf jeden Fall ja genau stimmt ab und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder richtig Servus David ciao und wir machen das jetzt noch zu Ende dann machen wir das noch zu Ende ähm ja äh apropos Ende und äh tschüss Zoom äh genau ja anscheinend hat äh Zoom immer noch nicht seine Sicherheitslücken in den Griff bekommen oder es sind neue wieder aufgetan also je nachdem ähm da gibt's ein Patch ähm der da doch wieder einige Lücken zugemacht hat allerdings so wie ich das verstanden hab ist es immer noch so dass man immer noch äh Dinge einspeisen kann über manipulierte Dateien also von daher ja also dieses Drama hört scheinbar nicht auf mit Zoom das äh geht irgendwie weiter äh wir hatten jetzt auch den Fall äh dass natürlich kann man es nicht vermeiden dass in der Firma äh Leute Zoom nutzen weil wenn du von außen irgendwie ja äh von außen irgendwelche Webinare bekommst oder Online-Meetings da kannst du natürlich schlecht sagen ja ich mach da mit aber nur wenn es kein Zoom ist ne also das geht halt nicht und äh da bist du halt auf Gedeih und Verderben den den Veranstaltern ausgeliefert ähm da vielleicht noch ein kurzer Insider bei uns wir versuchen jetzt oder wir wollen jetzt bei QSO4U Services da bieten wir ja zum Beispiel auch ähm ja so Awareness Trainings an dass wir die irgendwann digital abbilden aber wir wollen bewusst eben kein Zoom einsetzen sondern wollen das eben selbst hosten deswegen da sind wir gerade noch so ein bisschen am testen und installieren von Servern aber das wird alles dann nicht über Zoom stattfinden einfach äh aus dem Grund weil wir diese Plattform nicht weiter unterstützen wollen und äh weil wir halt sagen hey äh wenn es schon um IT-Sicherheit geht dann sollte man vielleicht nicht gerade so was äh so ein Tool äh benutzen die werden mit Sicherheit werden die irgendwann mal schon alles in den Griff bekommen haben aber ich schätze mal da ist so viel unter der Haube einfach noch äh Kraut und Rüben dass es noch ein bisschen dauern wird also das äh wird nicht von heute auf morgen in Ordnung sein und äh dann ist die Firma halt immer noch naja wie sagt man so ein bisschen shady so ein bisschen äh nicht gerade es ist halt immer äh interessant wenn man Sachen gratis bekommt mit was man dann eigentlich bezahlt oh ja also das ist äh manchmal ein bisschen schwierig gut was auch schwierig ist oder wo wo es jetzt Abhilfe gibt das ist einmal beim Cisco IOS da wollte ich mal die ganzen Admins die hier zuhören mal drauf hinweisen Cisco hat ein paar Updates rausgetan ähm betroffen sind alle IOS Geräte also nicht IOS von Apple sondern von Cisco ähm und da geht es halt um diese ganzen Netzwerkkomponenten das gibt es jede Menge Schwachstellen und äh da solltet ihr mal abchecken ob es da eventuell ein Update gibt ja interessant auch vielleicht noch für alle QNAP NAS Besitzer da gibt es eine ähm ja eine eine Lücke die ist als hoch eingestuft worden ähm mit mehreren CVE Nummern da ist es halt dann eben möglich äh Command Injections zu machen und eben da Schadcode auf dem Gerät auszuführen also gerade die Leute die das Gerät irgendwie im Netz hängen haben die sollten dann möglichst schnell äh drauf reagieren und ihre QNAP NAS patchen ähm das ist auf jeden Fall empfehlenswert so dann kommen wir von Linux QNAP Geräten zu Microsofts äh Exchange äh da gab es ja auch eine äh äh da gab es eine ganz interessante Sache also die Sache ist es wurde ja von Microsoft eine allen Antworten beziehungsweise äh an alle was wir schicken Funktion eingeführt reply all ähm es ist so gewesen dass dann bei Microsoft direkt also in der Firma sage ich jetzt mal äh dann Leute auf die Idee gekommen sind ach äh jetzt machen wir mal reply all mit Memes irgendwelchen anderen Daten shit ähm jetzt muss man dazu sagen Microsoft ist ja auch keine kleine Firma und äh da hat man durchaus von 10 Antworten innerhalb von einer Stunde mit äh schon mal 50.000 Empfänger erreicht also das ist so ein bisschen äh selbstgebaute DOS-Attacke auf den eigenen Server ja das kann man so sagen ähm ja die Sache ist die es soll jetzt dann doch irgendwie auch äh versucht wieder irgendwie zu fixen ähm mal versucht es mit Zeitsperren und anderem Zeug ja also äh falls es damit es nicht so umgreift damit es sich ganz so schnell ausbreiten kann und dann äh ja das ist dieses Mail-Verhalten das hat David ich weiß nicht ob er schon mal in einem Podcast hier erwähnt hat ähm aber da ging es ja auch um das Thema dass in seiner Firma gerne mal so äh irgendwelche Grüße so was weiß ich ich gehe jetzt in den Ruhestand und so das wird dann einfach mal an alle geschickt am besten noch mit Video das haben wir auch bei uns also da wird auch ja kenne ich auch das ist äh aber meistens ignoriere ich sowas dann immer also wenn Video oder was dabei ist ja da schaut man halt mal da schielt man mal so halb von seinem von seinem Editor runter äh schaut er nach okay den hab ich eh nicht gekannt der arbeitet irgendwo in äh keine Ahnung Kaiserslautern aber das wird natürlich an alle geschickt ne also völlig egal muss ja irgendeiner sicherlich dabei der ihn kennt und ähm das ist natürlich für ähm Administratoren die im ja im Operations-Bereich arbeiten ist das natürlich eine absolute Katastrophe ähm weil sowas das wird mit gebackup das wird was weiß ich du hast unter Umständen äh auf der Platte 1000 Mal irgendwie so eine scheiß Videodatei die überhaupt nicht nichts mit dem Dienstlichen zu tun hat und äh dann gibt's ja auch noch den den dienstlichen Spam wie ich das immer nenne wenn dann irgendwelche äh Protokolle die sowieso im Intranet veröffentlicht werden dann nochmal eine E-Mail verschickt wird wo drauf hingewiesen wird im Intranet findet ihr jetzt die neue Geschäftsanweisung und im Anhang befindet sich nochmal die PDF wo ich mir dann jedes Mal denke okay das ist völliger Humbug äh belaste den Server wieder unnötig ähm aber es wird halt verschickt also dieses E-Mail diese E-Mail Pest das ist äh ich glaub da können wir mal eine eigene Folge drüber machen das E-Mail doch zeitgemäß und bla oder zumindest wie setzt man E-Mail richtig ein genau so ähm jetzt zu dem anderen zur anderen Geschichte ähm ja was auf jeden Fall immer zeitgemäß sein wird sind irgendwelche Online Shops und äh auch Sneaker und ich hab jetzt aus das ist so ein kleiner Erfahrungsbericht das wollte ich einfach mal hier loswerden weil ich jetzt äh vor ein paar Tagen ähm als IT-Sicherheitsmensch tatsächlich fast in eine Shopfalle getappt wäre ähm ich allerdings dann irgendwann auch mal so ein bisschen äh skeptisch wurde und dann recherchiert habe worum geht's jetzt eigentlich also ich hab äh spezielle äh Nike Sneaker gesucht die fand ich cool die wollte ich mal haben äh ist scheinbar mittlerweile ein rares Modell wie ich festgestellt habe ähm und hab dann mal ein bisschen recherchiert so wo bekomme ich die und so weiter bei den klassischen äh bei den klassischen Händlern äh keine Chance und ich mein mir war ja schon von ich bin ja ich bin ich laufe ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt ich weiß dass diese Sneaker Geschichte bei manchen Leuten einen sehr hohen Stellenwert hat und dass dass es da Leute gibt die total verrückt sind ich mein ich kaufe mir auch gerne mal was Gutes an Sneakern aber ich bin jetzt kein riesiger äh Typ der da was weiß ich 30 Paare rumstehen hat sondern wenn ich halt mal was brauche dann hole ich mir was und dann mache ich mir halt auch Gedanken und gucke mir einiges an und so war es halt in dem Fall auch und hab dann gedacht okay du möchtest unbedingt dieses Paar haben weil es halt geil aussieht und äh das ist jetzt ich mag es halt immer wenn es jetzt nichts ist was jeder zweite an hat also diese ähm Vance Oldschool Geschichten die kann ich ich hab auch welche hier ich hab die aber schon gekauft bevor jeder zweite die dran hatte so und die hab ich schon getragen bevor es cool war ja ja Steffen wir wissen es eigentlich schon ne aber das hat mich so ein bisschen geärgert weil ich damals fand ich die cool und da hab ich gedacht okay äh na und jetzt auf einmal siehst du fast jeden zweiten damit rumrennen ist egal ist ein anderes Thema und wie gesagt und da find ich es halt cool wenn ich manchmal was finde wo ich sag das finde ich sieht gut aus und das hat nicht jeder oder es zieht nicht jeder an so das Ding war ich geh da ins Internet üblichen Verdächtigen bei Amazon, Ebay überall nix mehr gefunden Foodlooker und wie die alle heißen kann man es gibt ja tausende renommierte Schuhhändler und whatever nichts gefunden dann bin ich halt immer weiter tiefer ins Internet rein und wenn du tiefer ins Internet gehst stößt du irgendwann auf komische Dinge genau dann triffst du irgendwann mal irgendwelchen Scheißen an so und das Schlimme an der Geschichte deswegen wollte ich euch hier auf den Weg mal warnen weil vielleicht gibt es ja von euch den einen oder anderen der vielleicht wirklich ein riesen Sneaker Fan ist und vielleicht auch seltene Modelle sich kaufen möchte und da habe ich einen Shop gefunden wo ich mir gedacht habe okay interessant das Modell also bei Amazon war es ausverkauft für 200 Euro drin dann habe ich bei dem Shop das Modell gefunden für ungefähr 100 Euro wo ich mir gedacht habe okay krass günstig aber ich habe mir gedacht okay vielleicht hat es seine Gründe weil das ist ja der normale Preis gewesen wie das damals auf dem Markt war jetzt ist halt mittlerweile scheinbar rar geworden und dann ist der Preis nach oben auf 200 Euro zum Schluss so und dann wollte ich mir die bestellen und dann war so das Ding gewesen Bezahlung also der Shop sah erstmal total super aus die hatten jede Menge Modelle drin also für mich ich bin wie gesagt nicht so im Sneaker Game drin ich habe jetzt nicht konnte jetzt nicht sagen waren es viele seltene Modelle aber es hat schon so den einen Anschein gemacht dass die bewusst darauf Wert legen dass sie gefunden werden mit wenn jemand nach solchen seltenen Modellen sucht so und dann habe ich das Ding in den Warenkorb gepackt habe dann mal geguckt wo ist denn die Geschäftsadresse okay ist eine US Adresse habe ich mir gedacht okay ganz ehrlich das ist es mir jetzt wert gönnst du dir mal was scheiß drauf auch wenn das Shipping da ein bisschen teurer ist völlig egal jetzt auf die 20 30 Euro ist jetzt mal geschissen so und dann gehe ich in das Bezahlverfahren rein und dann sehe ich schon mal kein Paypal denke ich mir okay die Amis die haben es ja sehr mit Kreditkarten ich habe ja eine prepaid Kreditkarte so dann habe ich die da eingegeben so und dann kam sofort hier wird nicht akzeptiert scheinbar gesperrt denke ich mir hm schwierig komisch dann das war so der Moment wo ich dann wirklich mal wo mein Brain Exe auf 180 lief weil ich dann gedacht habe okay irgendwas ist jetzt komisch weil die Kreditkarte die ist gedeckt die funktioniert ich habe damit erst Zeug gekauft das ist müsst ihr wissen das ist auch meine Kreditkarte die ich benutze wenn ich bei Amazon was einkaufe ähm und da habe ich erst was eingekauft also alles top alles super so und dann habe ich gesagt okay irgendwas ist komisch irgendwas ist komisch ich hatte schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl und ähm dann bin ich mal ins Impressum gegangen dann habe ich mal geguckt äh wo ist denn eigentlich dieser Laden weil die haben dann auch noch super seriös da gab es eine Seite da haben die ihren Laden vorgestellt und da waren Bilder drin äh von der Ladeneinrichtung und halt so Sneakerregale es gibt ja auch ich mache jetzt keine Werbung aber es gibt in in Frankfurt zum Beispiel einen relativ großen Sneakerladen äh 43,5 heißt der wie gesagt keine Werbung aber der hat es ja ähnlich also der ist ähnlich hip die Seite aufgebaut die haben auch Bilder aus dem Laden veröffentlicht und so weiter und das war da eben auch der Fall und da habe ich gedacht okay Laden seriös ne was man halt so denkt ne und dann bin ich mal auf Google Maps und da habe ich mir das mal angeguckt und dann bin ich wenn du die Adresse da eingibst dann war ich in irgendeinem Kartoffelacker in so einem irgendwie so einem Hafenviertel irgendwelchen Containerhafen irgendwo an so einer Verladerampe also nix mit Laden und alles sondern einfach wirklich völlig in der Pampa gewesen dann habe ich die Telefonnummer ich meine wenn man einen Laden hat dann möchte man ja auch gefunden werden habe ich die mal im Telefonbuch dort eingegeben nix gefunden bei Google eingegeben findet man auch nur die eine Seite und dann war mir eigentlich klar also da passt irgendwas nicht so dann war ich natürlich ein bisschen enttäuscht weil ich gedacht habe hm blöd nächster Shop weil wie gesagt seltenes Paar Schuhe findest du nicht so oft zum nächsten Shop und da war es eigentlich mehr oder weniger das gleiche da war es allerdings so ich habe ja hier bei mir im Browser ein Plugin installiert wo ich dann sehe anhand der anhand einer Landesflagge wo die IP-Adresse geortet wird oder bei welchem Provider liegt die IP-Adresse äh angeblich amerikanischer Shop und dann sehe ich oben auf einmal die russische Flagge habe ich mir dann gedacht okay interessant dann habe ich wieder das gleiche gemacht Adresse angeguckt ja da wo dieser Shop sein soll ist eine Dosenfischfabrik mittlerweile in den USA also auch völlig wurscht nächster Shop so da war ich beim dritten da war diesmal eine türkische Flagge oben im Browser gleiches Prinzip der Laden war auch nicht auffindbar der Shop sah super seriös aus die Bilder ich weiß nicht ob das Stockfotos waren oder wo auch immer die her waren und da möchte ich euch einfach davor warnen weil ich glaube dass es halt mittlerweile eine Masche ist kann natürlich sein dass jemand der im Sneaker Game ist und der sich damit auskennt und ständig irgendwelche seltenen Sneaker oder irgendwas sucht dass die Leute schon wissen dass es sowas massenhaft gibt aber für mich war das in dem Moment erst mal uff okay scheinbar ist es wirklich ein ein Konzept dass man versucht mit so seltenen Modellen Leute auf die Seite zu ziehen die dann auch mal ja bereit sind mehr Geld auszugeben weil ich meine klar wenn ich jetzt was ein seltenes Modell kaufe oder was jetzt nicht mehr so vertrieben wird dann bin ich ja auch bereit mal ein Fuffi mehr zu bezahlen wenn ich unbedingt dieses Modell haben will letztendlich was ist dabei rausgekommen ich habe jetzt doch ein anderes Modell gekauft und habe dann drauf geschissen und habe gesagt ganz ehrlich es ist mir jetzt völlig egal ich habe da jetzt auch keine Stunden mehr investiert um im Internet zu suchen weil die gibt es scheinbar wirklich nicht mehr und scheinbar ist es bei Nike so dass dann irgendwann die speziellen Air Force Modelle irgendwann einfach vom Markt verschwinden oder halt nur noch bei irgendwelchen Sammlern teuer zu erwerben sind da gibt es zum Beispiel da hat es mich ja wirklich weggeweht wie gesagt ich bin nicht so in dem Game drin da gibt es von von dieser einen ach Gott wie heißt diese diese Eismarke die in diesem Becher was ist denn heute mit mir los keine Ahnung Steffen da fragst du Ben & Cherries Ben & Cherries kennst du ja vielleicht da gibt es ein Sondermodell das kostet mittlerweile 3000 Dollar von Nike Air Force kriegst du kriegst du ja kriegst du so eine halbe Käsereibe dafür ne also das ist schon heftig ne aber das wollte ich nur mal kurz hier im Tech Talk loswerden äh Leute seid da auch kritisch und ich ich nehme mal an wenn ich keine Kreditkarte gehabt hätte äh wenn ich eine Kreditkarte gehabt hätte die kein äh keine Zwei-Faktor-Authentifizierung also dieses PSD2 gehabt hätte wo du nochmal deine PIN eingeben musst und wenn das keine äh prepaid Kreditkarte gewesen wäre dann wäre die Bestellung durchgegangen nur ich hätte dann trotzdem keine Schuhe gehabt also da will ich nur mal davor warnen falls ihr so eine normale Kreditkarte da nutzt äh bei solchen Shops also guckt vorher nochmal nach und äh im Zweifelsfall naja dann kauft euch die Schuhe halt nicht ne aber das war jetzt so ein Ding wo ich gesagt hab okay ich bin schon lange nicht mehr so äh verarscht worden und ähm ja bei den anderen Sachen wo ich halt regelmäßig einkaufe da weiß ich halt mittlerweile wo die schwarzen Schafe sitzen und äh wo man da relativ schnell sieht äh das ist Scam aber da haben die mich wirklich gefobbt also da haben die mich wirklich erwischt im ersten Moment äh und ich bin froh dass ich das dann noch gemerkt hab und dann irgendwann gedacht hab irgendwas ist da oberfaul an der ganzen Geschichte und da gibt es scheinbar massenhaft diese Shops und da wird die Domain ein bisschen geändert da wird ähm der Style ein bisschen umgebaut die Bilder werden natürlich getauscht von einem Shop den es nie gibt ähm was auch ein Indiz dafür war dass da was nicht passt ist äh die Seite die hat ja auch so äh Social Media Buttons bei Kurs of you wir haben ja auch unsere Social Media Accounts verlinkt und die haben wieder auf dieselbe Seite geführt also nicht auf Instagram oder auf Facebook sondern wieder auf die gleiche Seite das war dann auch so ein Indiz für mich wo ich mir gedacht hab äh wenn du so ein großer Laden bist dann passiert dir so ein Fehler nicht dass du vergessen hast deine Social Media Accounts zu verlinken oder wenn du keine hast dass du dann den Button noch drin hättest oder so Zeug genau richtig und das sind dann so Sachen wo ich gesagt hab okay da passt irgendwas nicht und deswegen Leute also das sind so Sachen prüft das mal nach äh und äh macht da nicht den gleichen Fehler oder was heißt Fehler verschwendet nicht für sowas Zeit weil äh die Zeit kriegt dann nicht mehr wieder und ich hab da wirklich einige Zeit gesessen und recherchiert und äh aber es war einfach mal interessant in diesen in diesen äh in diesen Scheiß äh Shops da mal ein bisschen drin rum zu wühlen und sich das mal anzugucken aber das ist scheinbar jetzt so eine Betrugsmasche ja gut äh wo man sich auch betrogen fühlen könnte bis beim Incognito-Modus in Chrome beziehungsweise im Google Chrome und zwar da ist in den USA eine Sammelklage angeleiert worden da äh also ich schätze es mal dass die Leute zumindest die hier zuhören davon wissen also der Incognito-Modus schaltet dich nicht anonym der äh schaltet nur gewisse Tracking-Sachen aus jetzt ist es allerdings so dass Google hintergrundmäßig dich aus ihrem Browser auch wenn du einen Incognito-Modus anders immer noch für Werbezwecke mittracked das äh hat dann wohl den Amerikanern nicht ganz oder zumindest einigen Amerikanern nicht ganz so gefallen das wird mir auch nicht passen ehrlich gesagt da wurde jetzt eine Klage angeleiert also eine Sammelklage mit drei Fällen als äh ich sag jetzt mal Präzedenzfall und halt noch äh jeweils äh genug Leuten dahinter und ähm die wollen 5000 Dollar Schadensersatz pro Person und äh ja also die äh beziehen sich darauf dass das äh doch mehr oder weniger so arglistige Täuschung von Google aus ist äh sich da ähm ob Incognito-Modus dann doch ähm Tracking-Daten beziehungsweise äh halt Kundendaten für die verschiedenen äh Analytics und hast du nicht gesehen von Google zu ergattern ja also da kann man sich schon verarscht vorkommen ehrlich gesagt wenn man es nicht unbedingt besser weiß ja und äh auch wenn man es besser weiß ähm ist es doch äh ja ich sag jetzt mal arg dreist von Google also wir wissen alle Google ist äh will eigentlich nur deine Daten unersättlich was Daten angeht ähm irgendwo sollte man dann doch auch mal seinen eigenen Produkten treu bleiben sagen wir es mal so ich finde es ich finde es halt auch immer erstaunlich dass selbst in der Open-Source-Community sehr viele Leute doch eine sehr sehr positive Meinung zu Google haben also da habe ich erst gut heiße Forum das ist sowieso ein Minenfeld aber ähm äh wie schon gesagt also da sind Leute unterwegs die halt Google aufs Messer verteidigen und für sich beanspruchen dass sie halt irgendwelche Open-Source-Gurus und Befürworter sind äh und dann wird halt hier Google in den Himmel gelobt und Microsoft gebashed ähm ich meine also ich finde das halt schon sehr ähm dreist was Google macht und äh viele Leute oder vielen Leuten ist es glaube ich immer noch nicht bewusst äh dass sie wenn sie den Chrome benutzen halt ihre komplette Suchhistorie bei äh oder ihren kompletten Browserverlauf nicht nur die Historie sondern äh was sie halt bei Google suchen sondern alles was sie im Internet Browser-Daten mehr oder weniger zu Google zu googeln genau richtig Google weiß dann über jegliche Web-Bewegungen Bescheid äh und nicht nur das was du bei Google aufrufst und äh der Chrome nutzt ja zum Beispiel auch den eigenen äh DNS-Server das heißt also auch Anfragen die jetzt nicht aktiv über die Browser-Leiste getätigt werden sondern irgendwelche Frames oder irgendwas was nachgeladen wird das wird natürlich auch an Google übermittelt äh um halt eben ein vollumfängliches User-Profil zu erstellen also das ist äh nicht so unkritisch wie sich das vielleicht im ersten Moment äh anhört deswegen verstehe ich auch die ganzen Unternehmen nicht die auf ihren Rechnern Google Chrome vorinstallieren das ist für mich immer noch ein absolutes Rätsel aber es kommt halt vor und ähm ja da muss man sich schon fragen und vor allem ich finde es halt auch krass dass von den Aufsichtsbehörden Google halt immer noch äh nicht so kritisch gesehen wird da wird auf äh anderen Firmen andere Firmen wie Facebook klar die sind jetzt auch nicht gerade unschuldig äh wird eingedroschen aber man muss sich mal überlegen was Google mittlerweile für eine Marktmacht hat es gibt kaum eine Website die nicht Google Analytics benutzt oder Google Fonts benutzt oder der Web-Server auf dem das Ganze gehostet ist Google DNS-Server benutzt äh weil das ist ja gerade gemeint dass vielleicht wird auch gerade eben deswegen nicht unbedingt so genau bei Google nachgeguckt wenn dann mal irgendwie irgendwelche Verstöße mal wieder um die Ecke kommen weil äh Google ist halt mittlerweile leider das Internet ja und das ist halt was wo ich sage das ist schon wirklich krass also wo überall Google mit drin steckt und irgendwie äh stört das halt keinen das beeindruckt mich nach wie vor immer wieder und ähm weiß ich nicht also selbst ITler die viel von Datenschutz halten oder irgendwas äh die nutzen trotzdem den Google Chrome für ihre dienstlichen Geschichten also das kann ich nicht nachvollziehen aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen überempfindlich ich weiß es nicht aber äh Google insgesamt die ganze Firma eher für so ein zweischneidiges Schwert also ihre Produkte sind durchaus gut aber ja natürlich also klar Hintergrundsachen eingebaut die ich ganz gern nicht hätte man muss halt wissen womit diese Firma das Geld verdient das Hauptgeld verdient und da ist halt wieder der Punkt äh klar hat Google auch eine Office Suite aber Google verdient halt hauptsächlich mit den Daten das Geld Microsoft verdient zum Beispiel noch mit den Lizenzen das Geld oder auch andere Firmen ich möchte es nicht mal Microsoft nennen aber es gibt auch andere Firmen die mit der Dienstleistung an sich mit der Vergabe von Lizenzgebühren oder von der Vermietung von Rechenleistung ihr Geld verdient oder Lizenz äh Geschichten so aber Google verdient ja hauptsächlich das Geld einfach damit dass die Daten ausgewertet werden und äh dann Werbung geschalten wird und dann brauchen die natürlich immer mehr Daten und äh ja die holen sie sich halt auch und die bekommen sie auch und man kann sich ja auch kaum dagegen wehren klar man kann Plugins im Browser installieren was weiß ich alles aber wenn du den Chrome benutzt ist halt aus weil da ist eh alles bei Google dann naja gut also Leute denken mal drüber nach äh ist wieder mal ein starkes Stück aber ich äh ich hätte es euch ja gleich sagen können ja gut das kannst du bei Google eigentlich immer sagen also ähm und wie es auch geklungen hat ist es auch nur beim Google Chrome wirklich und nicht bei Chromium also da muss man ja auch wieder unterscheiden genau Chromium ist ja die Open Source Engine oder oder ist ja die Browser Engine an sich so wie ich das verstanden habe und äh also du kannst gibt es den dann mittlerweile für äh für Windows also unter aber unter Linux kannst du halt zum Beispiel auch ein Chromium laufen lassen das Ding ist halt der absolut abgespeckteste Chromium ein Client der halt irgendwie noch so grad läuft genau aber es gibt ja mittlerweile bis auf Firefox nutzen ja mittlerweile alle Browser die Chromium Engine oder eigentlich nur noch Firefox und Chromium da genau und dann kannst du ja zum Beispiel auch den Vivaldi einsetzen der ist ja auch recht nett oder einen Opera ähm das sind auch so Browser die ich wirklich nicht schlecht finde und die nutzen ja zum Beispiel die Engine oder halt auch wenn man denn Microsoft vertraut und mag ähm kann man auch den neuen Edge einsetzen aber da kommen wir später noch dazu da gibt es nämlich auch ein paar News ähm ja wo es jetzt keine neuen News gibt aber einen Geburtstag gibt es äh ist der Videotext oder Teletext der wird nämlich 40 Jahre alt und ich ich könnte mir vorstellen Jüngere kennen den schon gar nicht mehr äh ich komme noch aus so einer Zeit äh ja ich weiß alter Sack äh wo mein Vater zum Beispiel noch von der Bundesliga damals wo er noch keinen Sky hatte die äh den Live-Ticker über Teletext äh angeguckt hat Jungs schalt mal den schalt mal den Teletext weil ich will wissen wie Bayern steht oder wie Nürnberg steht ja genau ja genau genau so so war das und äh das ist halt ganz witzig ne also also meine Mutter benutzt den teilweise immer noch also manchmal äh sehe ich dann dass die irgendwie äh dann Nachrichten im im Teletext liest wo ich mir dann auch denke okay ja aber es macht sie halt also das ist äh ganz interessant könnt ihr ja mal Kommentare schreiben ob ihr den Teletext noch benutzt also ich nutze den gar nicht aber ich nutze auch lineares Fernsehen überhaupt nicht mehr eigentlich bei mir kommt alles aus aus dem Ethernet-Kabel oder über WLAN ähm und mit Nullen und Einsen wobei Fernsehen ist ja mittlerweile auch digital aber ihr wisst was ich meine ähm aber wie gesagt 40 Jahre ist das ganze Ding alt und ähm ja wird scheinbar immer noch von manchen Leuten genutzt ja gut äh dazu vielleicht noch zwei kleine Sachen ah ich weiß es noch mein Vater musste damals noch über diese Internetvorläufe über Teletext wie hieß er dieses äh Ding äh das Protokollzeug damals noch mal da du musst das Zeug fürs Geschäft bestellen ähm okay und äh bei Produkten der Firma wo ich arbeite äh wird teilweise noch äh so Pages Sachen äh in die Richtung gewünscht also dass man dann noch also es ist dann halt auf einer Webseite emuliert äh es ist halt es ist halt für all die Investmentbanker die sich halt wahrscheinlich erinnern wollen oder so also ich äh effektiv glaube ich äh tun das eh nur zwei oder drei Leute aber bevor die dann irgendwie vor ihrem Fernseher sitzen und dann die Börse über Teletext falsch also Teletext tun wir auch noch liefern äh aber das ist dann auch eher so das läuft auf so einem so einem Ding irgendwo im Schrank so auf die Art ähm bei Bloomberg dann ne ne äh Bloomberg haben wir nichts mit zu tun äh achso okay ja ne Bloomberg ist einer unserer Konkurrenten achso okay äh ne ähm allerdings äh praktisch im Stile also das sind dann so Web-Apps die so ein bisschen so wie aussehen also das muss da muss ich auch vorm Rechner sitzen um das machen zu können okay ja aber da musst du auch ganz schöne Geschmacksverirrungen haben dass du sowas geil findest äh für jeder jeder ein Fetisch oder so keine Ahnung genau ja was auch witzig war das fällt mir noch ein es gab ja dann sogar im Teletext irgendwelche Spiele also ich kann mich noch erinnern so bei 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 Super RTL im Teletext wenn man irgendwie keine Ahnung früh um um drei oder so äh Tele 5 oder so angeschaltet hat da konnte man dann irgendwie so Zeug äh irgendwelche Spiele machen oder der der Teletext Chat das war auch noch witzig wo du dann irgendwie so SMS reinschicken konntest und dann wurde das im Teletext also völliger Schwachsinn weil jetzt mal ganz ehrlich so ein öffentlicher Chat bei einem Fernsehsender wo jeder irgendwas reinschieben kann äh ich meine das ist natürlich am Anfang erstmal eskaliert dann wurde es moderiert und dann wie es moderiert war dann waren nur noch so Nachrichten ja ich grüße hier was weiß ich Lara und was weiß ich Tom ne also völlig hirnrissig weil was interessiert es mich dass die gegrüßt werden aber das das wurde halt irgendwelche Scheiß reingeschickt in den Teletext ähm aber an sich kann das ja durchaus eine sinnvolle Einrichtung sein klar also völlig sinnvoll aber das wird natürlich jetzt auch mit den Jahren also ich bin gespannt wann der wirklich mal komplett abgeschaltet wird aber die Frage ist halt auch es ist so eine Technologie die so wenig Bandbreit und Zeug mit frisst dass man das eventuell wahrscheinlich nicht einfach so Legacy mäßig halt bis ans Ende der Zeit mitlaufen lässt hab ich so das Gefühl was also ich äh könnte mir ja vorstellen ohne jetzt das zu wissen vielleicht gibt es Leute die wissen das ähm dass mittlerweile der Teletext auch nicht mehr separat äh könnte ich mir vorstellen behandelt wird sondern dass man einfach einen ja einen Feed oder eine API anzapft von von dem CMS auf der Website von dem Fernsehsender und das dann einfach in Teletext konvertiert früher war es ja so ähm Grüße gehen raus zum Beispiel an Holger der äh Holger Kreimeier von Massengeschmack TV der hat ja früher mal da in dem Bereich gearbeitet äh und hat so für ich glaube für Sat.1 oder irgendwas äh hat er mal Teletext gemacht und hat dann wirklich in der Redaktion an so einer Art Schreibmaschine die Texte eingeklimpert ist natürlich einige Jahre her ne also ähm und der ist wohl noch in der Zeit war er wohl noch dort äh wo es auch so war wenn du dich vertippt hattest dann musstest du den kompletten Text nochmal neu schreiben weil du nicht einfach mal ein paar Buchstaben wegmachen konntest sondern du musstest nochmal komplett neu anfangen und solche Geschichten äh ganz interessant hab ich in seinem in seinem Buch nämlich gelesen wo also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher ob es Sat.1 war aber es war auf jeden Fall so ein so ein Privatsender wo er eben den Teletext gemacht hat gut ja von äh vergangenen Technologien kommen wir jetzt zu Zukunftstechnologien ähm Star Citizen die wie vielleicht manche Leute behaupten Scam gewordene Spieleentwicklung ähm hat mittlerweile fast 300 äh Millionen Dollar eingenommen ähm beziehungsweise äh ein Budget davon erreicht ich muss dazu sagen ich bin an den 300 Millionen auch ein bisschen mitschuldig ich hab da auch ein bisschen was reingeschaufelt ähm es gibt hier Leute aus der Crew jo der hat da ordentlich was reingesammelt ja ich muss dazu sagen ich hab's jetzt die ganze Zeit schon nochmal gespielt äh ich werd's auch irgendwann mal wieder anreißen aber es macht halt echt den Eindruck also die falls sie das Konzept was dahinter steht hinbekommen ist das äh so ein ich sag jetzt mal der feuchte Traum mein feuchter Traum vom Sci-Fi Spiel aber es sind schon Leute an weniger gescheitert sagen wir's mal so äh allerdings das Gelb bin ich der Meinung hätten sie mittlerweile ähm ja gut wie es mittlerweile abläuft ich glaube ich haben wir ja schon mal drüber unterhalten dass da irgendwie so ein bisschen shady Sachen dann plötzlich aufgetaucht sind ja ähm was ich hier noch sehe 2. Juni ist ein äh Free Fly Event also so wie es aussieht kann man da dann auch mal ein bisschen gratis mit ran pimmeln genau wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat äh das geht ja schon einige Jahre ich kann mich erinnern auf der ersten Gamescom äh von Kurs of You da war ja irgendwie so ein Launch Event oder irgendwie so ein Event 2013 war das die erste Gamescom die wir hier mit Kurs of You begleitet haben vor Ort ähm also das geht schon ein bisschen ja also was man dazu vielleicht noch sagen will äh oder sagen kann wenn sich Leute äh das runterladen wollen ihr bräuchtet schon einen Rechner der ein bisschen ein bisschen was drauf hat also das ist eine modifizierte CryEngine die äh brauchen ein bisschen also auch auf meinem Rechner aber das liegt dran glaube ich dass ich eine AMD Karte drin hab die verträgt sich anscheinend mit den ihrer Engine nicht so also da muss man mal schauen also äh du brah und auf Linux lief das Ding oder ich hab's nicht ausprobiert ich hab's gar nicht probiert gehabt ich hab's halbwegs zum Laufen gekriegt aber das ist das Problem ist dass ich die meisten Sachen über Proton hatte laufen lassen und also ähm falls es Leute interessiert ihr könnt's gerne noch mal in die Comments schreiben ähm es gibt auch so Sachen wie Lootriss und so weiter das sind dann ähm Programme die nochmal extra auch ähnlich wie Proton dann äh Environments zur Verfügung stellen und so weiter äh damit hab ich's dann auch probiert und ich glaub ich hab's sogar zum Laufen gekriegt ähm allerdings und es ist auch nicht viel unrunder gelaufen als es momentan tut ähm davon kann man jetzt halten was man will äh ja also wie gesagt falls es Leute interessiert kann ich mir da auch nochmal äh irgendwie überlegen was ich da mach äh das Ganze wird allerdings wahrscheinlich nicht ganz so easy weil äh irgendwie mit Spielesachen dass man das dann in der Virtuellmaschine macht äh schwierig wird ein bisschen schwieriger aber wie gesagt falls da kann man sich noch was überlegen und äh ja genau ne aber interessant ähm ich bin gespannt wo das Projekt hinsteuert ich hab's nur so am Rande mal ein bisschen mitverfolgt ähm also zumindest was schon da ist es sieht gut aus es ist halt noch ein bisschen ziemlich clunky also du merkst im Ding echt noch die Alpha an ähm aber also es könnte was werden ich oder beziehungsweise vielleicht drehe ich mir auch einfach nur ein dass es was werden könnte ich meine die Idee an sich finde ich halt schon sehr geil muss ich ganz ehrlich sagen da stehe ich auch voll dahinter ähm nur das braucht halt wahnsinnig viel Zeit ähm vielleicht ist es ja auch irgendwann wirklich mal ein Kandidat ein klassischer Kandidat für Cloud Gaming dass man sagt okay dieses Spiel das muss man sich halt dann streamen ich meine gut jetzt ist halt da schon so viel Geld reingeworfen worden ähm da könnte die Cloud Gaming Geschichte auch völlig nach hinten losgehen äh wenn man dann den Leuten denen die Rechenleistung praktisch zur Verfügung stellt äh die da mal Geld eingeworfen haben äh könnte ich mir vorstellen dass das dann relativ schnell in die Miesen geht vor allem äh an was ich mich noch zu erinnern kann wurde das ja am Anfang so mehr oder weniger als das Computerspiel gehypt also sprich es wird nur für PC und auch am PC entwickelt Software also es äh die Konsolen werden praktisch komplett irgendwo in der dunklen Seitengasse liegen gelassen was ja bei äh bei anderen moderneren Projekten immer eher nicht ganz so ist oder ja stimmt dazu vielleicht auch noch eine kleine Sache äh anderes Spiel was man in derselben Ecke mit rennen könnte ähm Elite will jetzt auch einen äh also einen Rumlaufmodus einbauen aber der kommt glaube ich irgendwann als nächstes Jahr also ähm wer da nicht ganz so viel Geld oder insgesamt sich mit dem vielleicht äh mit Star Citizen nicht ganz so äh auseinandersetzen möchte und oder irgendwelche Probleme mit dem ganzen Management hat kann sich ja Elite äh mal anschauen äh genau dann kommen wir von einer äh Geschichte die nicht so performant läuft zu einer Geschichte die vielleicht besser läuft in Zukunft äh Microsoft hat ja einen neuen Edge aufgelegt ähm haben wir schon erwähnt der mit Chromium Engine daherkommt und der kommt jetzt von der Microsoft Insider Geschichte also da muss man sich ja registrieren und ähm kriegt dann einen exklusiven Zugang das ist halt eigentlich für Entwickler gedacht und für passionierte Administratoren ähm von der Geschichte wechselt man halt jetzt eben in den normalen Update Ring das heißt also wer jetzt sein Windows updatet wird irgendwann wird irgendwann den neuen Edge bekommen den konnte man sich ja jetzt schon vor ja Wochen einfach so mal runterladen ähm ich habe ihn auch getestet ich muss ehrlich sagen der macht schon echt was her und gefällt mir auch das einzige ähm was mich so ein bisschen nervt ist einfach dass zum Beispiel bei der Business Variante kann man seine ähm Lesezeichen also seine Bookmarks zum Beispiel nicht synchronisieren das fand ich so ein bisschen äh nervig weil das ist man halt aus anderen Browsern gewöhnt und wenn man halt wie ich mit zig verschiedenen Endgeräten hin und her wechselt und macht und tut dann ist es halt schon echt nervig äh und dann kann man das eigentlich auch nicht äh gut benutzen ähm in der ähm das ist aber nur ein Problem das halt eben Business Anwender haben die über die Azure AD äh ein Office 365 Konto haben zum Beispiel äh da kann man sich zwar einloggen über den Edge aber man kann halt eben die Synchronisations Features noch nicht nutzen das ist scheinbar noch irgendwie eine Datenschutzgeschichte da muss Microsoft noch mal ran äh und da irgendwelche Datenschutz äh Sachen abklären scheinbar ähm ja warten wir mal ab äh wann wann das dann geht äh ich ich werde da drauf auf jeden Fall warten und dann ist für mich der Edge wahrscheinlich ein ein Zweit- oder Dritt-Browser was er jetzt auch schon ist aber dann kann ich den noch äh äh besser nutzen weil ich trenne halt immer ganz gern meine ja meine Bereiche also ich hab da einen Browser wo ich dann die ganzen Online-Shopping-Geschichten mache einen wo ich einfach so generell durchs Web äh stöbere und einen den ich zum Beispiel für meine internen ähm Web-Anwendungen verwende und das trenne ich halt einfach alles voneinander das könnte man auch mit Profilen machen zum Beispiel in Firefox äh oder auch im in Chrome aber den nutze ich ja nicht ähm und da finde ich es halt jetzt ganz nett dass der Edge jetzt auch mittlerweile benutzbar ist und man kann ihn halt dann auch äh für Geschichten benutzen wenn dann halt die Synchronisation endlich mal steht ja da noch eine kleine äh kleine Frage ähm wie sieht es dann eigentlich da mit Developer-Tools und äh Unterstützung von anderen so Chromium-Plugins und Zeug aus hast du auch schon ein bisschen rumprobiert äh das ist vielleicht interessante Geschichte noch genau das könnte ich noch kurz einwerfen ähm die äh Plugins von Google Chrome funktionieren alle komplett im äh neuen Edge-Browser also du musst auf nichts verzichten was nicht auch bei Google im äh Chrome-Store ist ähm du musst halt vorher aktivieren dass er diese Plugins äh frisst und dann kannst du die ganz normal installieren das gleiche gilt ja auch für den Vivaldi zum Beispiel oder für Opera ähm und das ist halt jetzt auch bei dem Edge so ähm und das funktioniert ganz gut Developer-Geschichten ja da gibt es ja auch welche das ist halt eine sehr große Geschmackssache ne es gibt Leute die sagen du kannst eigentlich nur die von von Chrome gut verwenden äh Felix und ich wir mögen die eigentlich vom Firefox ganz gern äh ich benutze die vom Edge nicht muss ich ganz ehrlich sagen also ich bin da immer noch beim Firefox weil man gewöhnt sich halt da dran und die Probleme die ich so habe wenn ich irgendwelche Developer-Geschichten brauche äh die weiß ich halt wo ich die finde beim Firefox mir geht es mit Chrome so also von daher ja genau ich glaube von dir hatte ich das auch und ein Kollege der schwört da auch bei uns ein Web-Entwickler der schwört da auch auf Chrome äh und sagt das ist bei Chrome halt echt nett ähm ja wie gesagt jeder wie er mag aber ähm das Add-On-Problem ist eigentlich mittlerweile ein gelöstes Problem wo ich ehrlich gesagt wirklich froh drüber bin äh dass da endlich mal trotzdem eine einigermaßen eine Linie da ist und und äh dann du nutzt einen neuen Browser und dann äh gibt es dafür die und die Add-Ons nicht weil die Entwickler halt einfach kein Geld oder keine Lust haben das für jeden Browser irgendwie zu programmieren wenn es fünf verschiedene Engines sind und du natürlich cross-compilieren kannst oder was auch immer äh ja dann äh gut gemacht ja genau ja dieser Wildwuchs also das finde ich in dem Fall gut klar man könnte sagen schade dass es jetzt keine große Konkurrenz mehr zu der Chromium Engine gibt natürlich gibt es noch die Firefox Engine die ja auch immer besser wird also ähm ich war ja vor zwei Jahren wirklich mal so weit dass ich den Firefox fast komplett in die Tonne getreten hätte weil er halt wirklich so dermaßen unperformant war und und wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat aber mittlerweile ist er echt auf einem guten Weg und äh ich hoffe mal dass die das weiter ausbauen und dann haben wir ja noch eine Konkurrenz zu den anderen Engines ähm ja was man da in der Sache halt noch ein bisschen kritisch sehen könnte ist halt dass Google jede Menge Geld in Firefox reinsteckt äh also die sind da auch nicht ganz unabhängig von äh Google mal wieder naja okay äh wer auch nicht von der Cloud abhängig ist ist scheinbar Vorwerk also falls irgendjemand von euch nen Vorwerk VR 200 oder VR 300 ähm besitzt also die Dinger heißen äh Vorwerk äh Kobold und dann halt die jeweilige äh Artikel oder Bezeichnungsnummer äh die funktionieren momentan nicht so gut weil anscheinend da Fehler in ihrem Cloudzugang oder in der Cloudanbindung hängt man muss dazu sagen das sind Saugroboter es sind Staubsaugroboter ähm wozu die Dinger Cloud brauchen äh weil Kobold hat schon meine Oma damals benutzt von Vorwerk das waren aber die ganz normalen Handstaubsauger die man halt so hatte ja ja ne also Staubsauger da bin ich mittlerweile echt im im Game und ja und die haben halt jetzt schon seit Tagen Probleme mit ihrer Cloud und wie du richtig schon gesagt hast keiner weiß so warum das alles in der Cloud ablaufen muss man kann nur Mut maßen ähm das Blöde ist halt äh dass zum Beispiel diese es gibt da so No-Go Areas für den Sauger dass die in der Cloud liegen und jetzt äh wenn du den los schickst dann rödelt er halt überall rum richtig schön rein genau und er brezelt halt durch die ganze Wohnung und dem ist eigentlich scheißegal äh wo jetzt ne No-Go Area ist oder so ähm ist äh bisschen bisschen schade äh an der Stelle aber gut äh also äh so wie es aussieht ähm arbeitet Vorwerk auch dran dass das Ganze wieder funktionieren soll man vermutet ja dass es auch was mit dem mit dem abgelaufenen Root Zertifikat äh zu tun hat dass die Admins in der letzten Woche sehr bespaßt hat also ich hatte da auch Probleme äh mit äh Web Proxys die äh SSL Decryption machen die dann auf einmal alle Komodo und äh AdTrust äh Webseiten die also mit diesen Zertifikaten verschlüsselt sind auf einmal blockiert haben und gesagt haben hier das ist eine unsichere Seite ähm und dann hast du natürlich sehr viel Spaß wenn da sowas äh passiert ähm blöd ist halt wenn du so ein IoT Gerät draußen hast und die Verbindung zur Cloud reißt ab äh wie sollen die Anwender das Gerät dann patchen wenn du keinen ähm Backup Weg hast dann hast du ein Problem äh genau dann hast du einen teuren äh Staubsaugeroboter die Dinger kosten übrigens 800 Euro ich glaube 800 900 Tacken irgendwie sowas in die Richtung ja äh dazu kann man vielleicht noch sagen ähm ein Arbeitskollege von mir hat auch einen Saugeroboter der hat aber einen Chinesen und der hat dem äh mehr oder weniger händisch verboten mit dem Mutterschiff zu sprechen also der ähm achso der lässt es dann irgendwie über über Firewall beziehungsweise äh über irgendwie selber angebundene APIs weil das Ding ja trotzdem glaube ich irgendwie mit äh mit dem Mutterschiff dann doch kommt also mit irgendwas wo es für das Mutterschiff hält kommunizieren muss einfach auch wegen ja wie du gesagt hast No-Go-Areas und äh so Zeug genau Patches vielleicht auch ja ja ich meine äh das ist ja nichts Neues dass solche Saugroboter irgendwie mit der Cloud sprechen blöd ist halt wenn die Cloud dann nicht verfügbar ist aber dann hast du ein bisschen Probleme ja aber da gibt es ja schon also ich sag mal so da gab es schon so oft mal Probleme jetzt auch bei dem System was ich jetzt hier benutze Homematic die haben ja auch eine also ich hab die On-Premise Variante aber es gibt auch eine Cloud Variante Homematic IP heißt die äh und die hatten ja auch mal Probleme mit der Cloud und dann konnten halt äh tausende Kunden konnten ihre Heizung nicht steuern oder äh auf noch schlimmer wer sowas benutzt auf seine Türschlösser mehr zugreifen deswegen benutzt äh oder ich hab nichts gesagt ja dann bin ich voll deine Meinung also ich nutze es hier ja auch nur für die Heizung äh dafür ist es super also dass ich dann halt äh sehe wo ist noch Heizung an und äh wenn ein Fenster aufgemacht wird geht die Heizung aus aber ich würde nie auf die Idee kommen irgendwelche Türschlösser damit zu steuern naja ähm aber wie gesagt wir gucken mal wie sich das weiterzieht bei denen entwickelt genau und ob die irgendwann mal wieder an die Cloud kommen äh als ITler fragt man sich halt wenn die Verbindung da mal weg ist äh oder mit mit den Zertifikaten wie bekomme ich jetzt äh ohne Verbindung zu meinem Server ein neues Root Zertifikat auf den äh Kobold ist schwierig ganz einfach das machst du wie früh dann nimmst du eine Diskette und ja der hat wahrscheinlich irgendwo ein USB Slot dann kann man sich als Kunde kann man sich dann auf einen USB Stick so eine neue äh Firmware laden und die dann da reinstecken am intelligenten intelligentesten wäre sowas oder ein SD aber das ist halt wieder so eine Geschichte ganz ehrlich das äh Mütterchen das diesen Kobold geschenkt bekommen hat die wird gerade die wird gerade wissen und die wird sich gerade mit so Themen wie Firmware beschäftigen die wundert sich nur warum funktioniert jetzt auf einmal die scheiß App nicht mehr für meinen äh Staubsauger naja gut äh ja was komplett ohne App funktioniert ich hab noch was ganz analoges mal gepickt äh das ist ein ein nützlicher Tipp in Sachen Corona Zeiten für euch weil ähm ihr kennt ja sicherlich jetzt die ganze Geschichte mit äh Maskenpflicht Mund-Nase-Bedeckung wie auch immer wie man das äh wie das Ganze auch heißt und ich bin jetzt auf ein interessantes Produkt aufmerksam geworden ähm beziehungsweise schon länger aber ich hab's halt erstmal für euch getestet vorneweg ich krieg kein Geld von der Firma ähm ich hab das privat gekauft ähm aber ich hab mir gedacht äh muss ich euch unbedingt mal von berichten äh weil das vielleicht den einen oder anderen wirklich äh das Ganze ein bisschen erleichtern kann worum geht's es geht um ein sogenanntes Urban Du geschrieben Urban und Du mit Doppel O ähm das ist eine eine deutsche ein deutsches Startup Unternehmen ähm das eigentlich in ähm Augsburg sitzt und äh die produzieren eigentlich äh faire Kleidung da steckt die Sina Trinkwald dahinter das die ist scheinbar schon ein bisschen so als Gründerin bekannt ähm und hat schon öfter so Geschichten gemacht und die hat jetzt ähm für diese ganze ähm falsch nicht für sondern hat jetzt eine einen Loopschal entwickelt schon länger vor Corona schon ähm mit einem Filter drin so der Vorteil ist erstens mal siehst du nicht mehr aus wie äh Dr. Brinkmann aus dem OP wenn du irgendwie durch durch einen Supermarkt läufst oder irgendwo und der Vorteil ist da ist wirklich ein Filter drin da ist ein FFP3 Filter da drin ein Filter Fließ dass du erstens mal Thema Nachhaltigkeit dass du nachkaufen kannst dass du wechseln kannst das solltest du auch alle ich glaub zwei Wochen wird empfohlen ich hab's jetzt jede Woche getauscht weil ich's halt jede Woche äh brauche zum Beispiel auf Arbeit oder äh wenn ich halt einkaufen bin oder so ähm und das der Vorteil ist halt wie gesagt das sieht nicht ganz scheiße aus es schützt im Gegensatz zur klassischen OP-Maske wirklich oder zur klassischen Community Maske wie es so schön heißt weil da wirklich ein Filter Fließ drin ist und es lässt sich halt wirklich angenehm tragen du hast einmal diesen diesen Schal den du um hast und den kannst du halt über die Nase ziehen und das sind dann gut wir haben jetzt kein Video aber ihr könnt euch das auf der Website anschauen die ist verlinkt äh auf der Innenseite ist so eine Art äh Gummizug drin oder so so ein Gummi der dafür sorgt dass das Ding nicht runterrutscht das heißt es bleibt richtig schön stabil an der Nase zusätzlich ist oben nochmal so ein Metallbügel drin den du halt an die Nasenform anbiegen kannst und hinten am Hinterkopf hast du nochmal die Möglichkeit mit so einem ganz normalen wie sagt man mit so einem Stellband wo man auch einen Hubsack hat Gummizug ja genau kannst du das dann da auch zuziehen und das ist wirklich eine feine Geschichte also ich ich hab das jetzt schon äh drei Wochen hier im Test wirklich tagtäglich wenn ich unterwegs bin ähm ich bin absolut begeistert also ich das ist wirklich keine Werbung äh und ich krieg dafür kein Geld schön wär's äh aber ich kann das nur wärmstens empfehlen also wer wer wirklich genervt ist von dieser ganzen Geschichte von diesen anderen Masken ich hatte mir auch welche bestellt ähm die waren das waren so keine FFP3 oder FFP2 Masken sondern KN95 irgendwas und Alter die haben ja so dermaßen nach China Plastik gemüffelt und so das war richtig unangenehm die zu tragen und das kann man auch längere Zeit mal bequem tragen und wie gesagt das ist kein ähm ja kein kein nutzloser Schutz weil du hast halt wirklich einen Filter drin die dürfen das natürlich nicht auf ihrer Website schreiben da steht ist kein Medizinprodukt das ist ja richtig aber wenn man das technisch sieht da ist ein FFP3 Filter drin das Ding ist abgedichtet an den Seiten wie du es trägst es ist eigentlich schon ein Medizinprodukt aber sie dürfen es halt nicht so nennen ist halt einfach so deswegen wahrscheinlich auch die Herstellungs äh Umgebung schätze ich mal wahrscheinlich also ähm wie gesagt ihr könnt dieses Urban Do kaufen äh Link ist in der in der Beschreibung das Ding kommt aus Deutschland die Lieferzeiten sind manchmal etwas länger weil das ist halt handgefertigt also das ist wirklich von dieser äh von dieser Näherei in Augsburg äh handgefertigt ähm die Materialien die sind halt auch ähm ja relativ ähm klimaneutral und und kommen auch aus der Umgebung und allein schon dass ihr diese Maske halt mehrfach verwenden könnt waschen könnt das ist halt auch so eine Geschichte die halt gerade wenn es um das Thema äh ressourcenschonend geht ist das halt wirklich eine tolle äh Geschichte also kann ich nur empfehlen und ähm hat mir wirklich sehr gut gefallen und ähm deswegen den Tipp wollte ich euch einfach mal geben weil äh das ich hab bisher noch keinen anderen gesehen der damit rumgelaufen ist äh ich hab gerade keinen anderen gesehen äh allerdings ich hab vor Jahren mal äh glaub von einem französischen Unternehmen ein ähnliches Konzept gehabt oder gesehen gehabt allerdings war das noch ein bisschen clunky also da war dann mehr oder weniger eine Maske in dem Schad eingebaut also du konntest runter und dann hoch also da war wie so ein Plastikkorb sag ich jetzt mal drin äh und der war also es war hauptsächlich gegen Smog in Großstädten gedacht ach so ja gut also dafür ist es halt auch äh interessant ne also für Allergiker zum Beispiel auch ähm aber auch zum Beispiel für Allergiker war auch das Produkt damals aber A frag mich nicht mehr wie es heißt weil da äh komm ich garantiert nimmer drauf und also ich wollte damit eigentlich nur sagen dass es A keine neue Ideen und B äh auch andere Leute gibt aber äh ja genau ne das ist ja ist ja legitim Team letztendlich hab ich mich halt dann äh für das Produkt entschieden weil ich da mal zufällig drauf gestoßen bin und ich fand das Konzept gut das Ding sieht auch nicht scheiße aus also man man sieht dem gar nicht an äh auch wenn man das Ding so trägt ich mein wenn du jetzt eine normale Maske hast und dann hast du die die ganze Zeit irgendwie am was weiß ich am Kinn rumbaumeln wenn du sie nicht trägst oder irgendwo in der Tasche oder keine Ahnung es ist halt super nervig während diesen Loupschal entweder du ziehst ihn hoch wenn du halt durch die Maske atmen willst oder du packst ihn runter dann hast du einen ganz normalen Schal der auch sehr luftig ist also ich hab dieses Sommermodell und jetzt auch in den letzten Tagen wo schon ein bisschen wärmer geworden ist war das alles andere als unangenehm das war natürlich war das ein Stück Stoff mehr was du um hast aber es war halt jetzt nicht so dass du da geschwitzt hast wie Harry Oskar drunter ähm das finde ich schon sehr sehr gut verarbeitet also wie gesagt keine Werbung aber ihr merkt schon ich bin davon echt überzeugt und es sieht halt auch nicht kacke aus ihr könnt mehrere Farben auswählen Lieferzeit ist ein bisschen äh länger ähm die ähm also ich brauche von der von der Halsgröße das L-Modell ähm weil ich so einen dicken Halsschalmer hab ähm und das L-Modell kostet halt 39,90 klar könnte man sagen jetzt nicht ganz billig aber du kannst es halt äh mehr natürlich mehrfach verwenden bis das Ding halt auseinander fällt dann diese Filter Inlays ähm wenn du eins kaufst ist glaube ich ein Ersatzinlay auch mit dabei äh ansonsten kannst du halt auf der Website dann äh dir mehrere Inlays also drei Filter Inlays für 10 Euro noch nachkaufen ähm ja ist eigentlich ne ne okaye Sache also und gerade wenn man jetzt immer noch äh wie ich so ein bisschen Bedenken hat mit der Corona Geschichte und nicht gerade sag ich mal äh begeistert ist wenn er jetzt irgendwie im ÖPNV unterwegs ist wenn dann Leute rumlaufen die keine Maske aufhaben hab ich auch was wieder gesehen äh sogar ältere Leute die völlig drauf scheißen gestern erst wieder in der Stadt gesehen äh also teilweise auch Leute die dann der Meinung sind äh beziehungsweise sie auch komplett falsch aufhaben die Masken ja also das ist immer so der Klassiker wenn es so halb unter der Nase hängt ja genau das heißt Mund-Nasenmaske und nicht Mund-Kinn-Maske ja ja und dann ist halt auch also das beobachte ich halt jetzt zum Beispiel äh wenn du mit dem Zug fährst längere Strecken hab ich sowieso im Moment keine Lust drauf auch wenn ich ja viel mit der Bahn unterwegs bin aber äh das ist mir dann einfach zu zu nervig mit dem Ding und das äh versuche ich jetzt noch ein bisschen zu vermeiden ne aber worauf ich hinaus wollte du hast dann halt immer wieder Leute äh gerade ältere Leute und da kann man über die Jugend schimpfen was man will aber die ganzen Schüler die ich sehe die haben alle eine Maske auf also zumindest hier bei uns in in Ebersdorf oder in Coburg äh sind die wirklich sehr verantwortungsvoll muss ich muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für die Schüler hier äh und du siehst hauptsächlich äh Leute mittleren Alters oder sogar ältere Leute die da völlig drauf scheißen und da muss ich halt sagen hallo wir waren hier gerade Risikoregion oder auch Richtung Sonnenberg war ja auch ist ja hier in der Nähe war ja auch ein ein Hotspot gewesen für Corona äh und dann siehst du sowas und dann äh dann fällt dir echt nichts mehr ein und da muss ich ehrlich sagen äh ich bin ja jetzt auch nicht der schlankste das heißt wahrscheinlich bin ich sogar auch Risikopatient Allergiker und so weiter und so fort äh dass ich mich da schon schützen möchte und deswegen trage ich halt keine normale Community Maske und halt wegen den anderen Gründen die ich vorhin genannt habe sondern eben jetzt so ein Urban Duo was halt auch einen Filter mit drin hat äh und ich hoffe dass ich äh da wenigstens einen besseren Schutz habe wie wenn ich jetzt einfach so eine normale Community Maske halt eben auf hätte gut lange drüber geredet aber ich fand es mal äh wichtig und interessant äh das mal zu erwähnen ja was ich auch noch erwähnen wollte ähm Happy Birthday T3N wer das Magazin kennt die feiern jetzt 15-jähriges Wahnsinn dass die mittlerweile schon so alt sind ähm die haben auch eine kleine Party gefeiert im Rahmen der Corona Möglichkeiten ähm ist auch bereits glaube ich auf einem YouTube Channel was dazu online könnt euch angucken bei denen ähm ist vielleicht auch mal ganz interessant und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt ähm ein weiterer äh Web-Tipp den ich an euch hab vielleicht an alle Tesla-Fans unter euch es gibt einen YouTuber der ist noch sehr jung da bin ich neulich glaube ich über NTV drüber gestolpert die haben den interviewt den Tesla-Kit äh Grünheide in Grünheide wird ja das Tesla-Werk gebaut und das ist ein äh Jugendlicher oder fast noch ein Kind irgendwie so so 13 14 äh der mit einer Drohne regelmäßig das Areal dort überfliegt und Videos online stellt über den Baustand von einem Tesla-Werk und äh der scheint da wohl relativ bekannt schon irgendwie zu sein in der Community also wer sich dafür interessiert äh verlinke ich auch mal in den Shownotes das äh fand ich ganz interessant so dann äh am Schluss da haben wir vorhin auch schon drüber geredet äh ein ein Root-Zertifikat ist abgelaufen bei AdTrust oder Sektigo und Komodo wie die ganze Bude mittlerweile heißt da blickt sowieso mittlerweile kein Mensch mehr durch äh was was Komodo da eigentlich treibt ich meine äh da hängen so viel äh Zertifizierungsstellen oder Brands wie man so neudeutsch sagt hängen da dran die da irgendwas äh verkaufen an Zertifikaten und äh ja scheinbar ist denen da ein Root-Zertifikat abgelaufen und es ist erneuert worden und das ist halt leider wie man schon wahrscheinlich gedacht hat als Admin alles andere als reibungslos äh verlaufen bei Windows-Systemen ist nichts passiert also wenn du mit Windows zum Beispiel eine Seite angesurft hast also Microsoft hat es geschafft rechtzeitig äh das Root-Zertifikat zu aktualisieren bei seinem Betriebssystem ähm Apple glaube ich auch ähm Android auch allerdings mancher Firewall-Hersteller hat es äh verpennt äh das rechtzeitig zu aktualisieren und ich habe es ja gerade gesagt es gab dann äh massenhaft Probleme bei mir und bei Kunden von uns äh die zum Beispiel dann einen Webfilter einsetzen der SSL-Traffic scannt ähm und halt auch die Webseiten validiert die Zertifikate der Webseiten und da hat es halt dann schön geknallt und ähm ja das Zertifikat haben wir dann rausgeworfen haben das neue manuell installiert und siehe da auf einmal ging alles wieder aber das ist halt mehr als unangenehm und äh das muss äh nicht unbedingt öfters passieren ähm ich frage mich sowieso wie das halt passieren kann dass man sowas äh auslaufen lässt und nicht äh vorausschauend da irgendwas Neues in den Markt reinkippt ähm scheinbar war das ja viel zu kurzfristig äh für die ganzen Hersteller dass die das nicht rechtzeitig äh als Update praktisch äh in ihre Systemlösungen einpflegen konnten also schon ein bisschen ähm schwierig aber ich mag Komodo ehrlich gesagt nicht so äh hat aber andere Gründe das hat auch was mit deren äh Geschäftspraktiken zu tun was jetzt die Security-Lösungen angeht ähm ja da muss man sich manchmal auch fragen wie die ihr Geld verdienen und äh ja welche Daten da wohin wandern naja ja gut okay äh was ich noch zu sagen wollte es kommt aber oder hört man ab und zu trotzdem mal wenn man irgendwie so ein Zertifikat aus Versehen ganz kurzfristig unerwartet ausläuft das war ja glaube ich auch so letztes Jahr oder wann war doch auch schon mal so ein Fall dass da irgendwie was in die Binze gegangen ist ja ja also das kommt schon mal vor also sagen wir es mal so warum man da nicht draus lernt aber gut äh frage ich mich bei vielen Sachen Komodo ist ja auch nicht gerade klein also das ist ja eine der der größten ähm IT-Sec-Unternehmen in Deutschland sag ich schon auf der Welt ähm also das ist schon ähm schwierig aber gut äh wie gesagt ist jetzt passiert hat mich sehr genervt hat mich ein paar naja eine Stunde hat es mich nicht gekostet aber sag mal eine halbe dreiviertel Stunde hat es mich gekostet den ganzen Mist wieder in Ordnung zu kriegen und äh dann natürlich die ganzen Tickets zu bearbeiten ähm die da einhergingen und äh das war schon echt ein bisschen nervig gut äh dann haben wir diesmal einen kürzeren Podcast das ist auch mal ganz nett ähm ja und ich würde sagen schaut nochmal auf die Umfrage ähm ich packe jetzt nochmal was Neues mit rein mir ist gerade eingefallen lass uns doch das mit dem Teletext auch nochmal mit reinnehmen wer den noch kennt oder wer den benutzt ähm ob ihr den noch benutzt ähm also kennen glaubt also gehe ich schon mal davon aus dass viele den noch kennen aber ja gut ob ihr den noch benutzt kennen und bedienen das ist auch so ein Ding äh also ich glaube wenn ich so meinen Berufsschulkollegen von mir äh eine Kassette also eine also eine Musikkassette sag ich jetzt mal hinleg äh dass das erstmal ein bisschen zu überlegen anregt ja das kann ich mir gut vorstellen ja gut ich meine ähm ich bin ja ganz froh dass es die Technik nicht mehr gibt weil wenn du mal belegst die Qualität von so einer Kassette und jetzt äh MP3 und und äh selbst Streaming da liegen ja schon Welten dazwischen also das ist äh ja da bin ich ganz froh dass wir jetzt mittlerweile Besseres haben aber stimmt behaupte ich jetzt auch gar nicht dass das Kassette schlechter wäre also von daher ne ne klar ich ich meine ja bloß also da bin ich äh ganz froh vielleicht wenn das irgendwann mal komplett vom Markt verschwindet ja weil speichermäßig sind die Dinger eigentlich ganz cool also vom Sicherheitsstandard her also das Magnet ach so aber das äh ach so ja 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 klar äh ich weiß gar nicht werden eigentlich so diese Musikkassetten überhaupt noch verkauft diese Rohlinge bestimmt werden die noch verkauft aber das ist glaube ich A wie VHS-Kassetten ja wahrscheinlich VHS-Kassetten wobei ähm das ist eigentlich ganz interessant äh da mach ich auch mal noch einen kleinen YouTuber-Shoutout für Leute die sich für so obsolete Speichermedien und vor allem Audio-Zeug äh interessieren äh da gibt's einen Briten der heißt Techmoan also wie äh M-O-A-N oder keine Ahnung wie ich's mir jetzt genau beschreibt ähm äh der hat viel zu äh ich sag jetzt obsolete Audio-Technik und so weiter äh befasst er sich mit also das kann man sich wenn man das einen interessiert ein bisschen angucken und äh hab ich auch gar nicht gewusst äh Mini-Disc wird teilweise immer noch auch von Künstlern äh als Medium verkauft äh allerdings sind das eher so so diese Underground-Künstler die irgendwo also da musst du schon in Berlin-Kreuzberg leben also da musst du schon äh Fan sein bei sowas ja das das kann ich mir vorstellen ich find's interessant es gibt äh ich hab grad mal geguckt auf Amazon gibt's tatsächlich noch äh VHS-Kassetten und die sind wirklich teuer geworden also so eine ähm Sony VHS-Kassette mit äh 240 Minuten Spielzeit die kostet mittlerweile 14,93 Euro äh eine wohlgemerkt also früher hast du bei Aldi äh da 10 Stück dafür gekriegt oder genau und dann gibt's zum Beispiel auch diese klassischen Musik-Kassetten äh da kostet mittlerweile auch ein Rohling äh 90-minütiger Rohling kostet 6,90 Euro ja also das ist schon ähm krass und ähm so ein ähm Fünfer-Pack kostet 83 Euro von den VHS-Kassetten und das ist noch nicht mal irgendwie so das ist Maxell also das ist noch nicht mal irgendwie Sony oder Panasonic oder irgendwie in die Richtung ja oder wie hieß das vom Aldi TDK hieß das ja bei Aldi äh die die VHS-Kassetten also es ist schon schon interessant und es gibt auch immer noch Amazon-Rezessionen äh von verifizierten Käufern die 2019 immer noch VHS-Kassetten gekauft haben und die auch immer noch einsetzen also ähm interessant interessant na gut ich ich sag mal so ich komm ja noch aus einer aus einer Schulzeit du ja auch wo dann der Lehrer noch wirklich mit dem VHS-Kassettenrekorder da reinkam und hat dann irgendwelche schlecht aufgenommenen Filme gezeigt aufgenommen das Ganze auch noch auf so einem 4 zu 3 Bildschirm den der ungefähr äh halb so große Auflösung wie das Handy hatte also das äh da hat die Bildröhre dann auch schon bessere Tage gesehen da konntest du dir das kriseln schon richtig schön und es waren dann meistens irgendwelche Dokumentationen wo du auch schon gemerkt hast dass der Sprecher eigentlich sich am liebsten schon äh irgendwie weggeräumt hätte ja ganz schwierig ja nee also da gibt's noch das ist so ich weiß das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten 5 Jahre nicht überleben aber es gibt ein Gadget im Klassenraum das wird's wahrscheinlich in 50 Jahren noch geben das ist der Overhead Projektor der wird niemals aussterben der wird niemals sterben zumindest in Deutschland in der Berufsschule haben wir schon gar keine mehr ihr habt so ein bisschen leiser wahrscheinlich aber die Dinger machen auch nur was wir wollen die machen auch nur 340p oder so 320p ja interessanter Funfact damit haue ich euch dann aus dem Podcast raus ist genau machen wir Schluss für heute ist dass ich 2006 mal einen Referat in der Schule über VHS gehalten habe da habe ich praktisch weil wir hatten ja kein Beamer im Klassenzimmer und ich war damals schon so auf einem Videotrip und habe mich mit Videografie beschäftigt und Videoschnitt und dann habe ich in meinem Videoschnittprogramm praktisch die Präsentation mit mit Art Folien was man jetzt in PowerPoint machen würde oder in Keynote bei Apple habe ich dann meine Präsentation auf eine VHS gemacht habe das in Videoschnittprogramm habe ich das zusammengebastelt habe das dann über einen VHS-Rekorder also über meinen PC auf einen VHS-Rekorder überspielt auf eine VHS-Kassette und habe dann die VHS-Kassette bei uns im Klassenzimmer benutzt um darüber mein Referat zu erhalten das war schon also der Lehrer hat gestaunt dass sowas geht und ich fand es irgendwie lustig also das nur mal so als Funfact das war 2005 oder 2006 aber ich glaube das war eher 2006 da habe ich das damals auf VHS gemacht weil ich brauchte ja ein Medium was funktioniert ich habe eine beschissene Schrift habe ich heute noch hatte ich damals schon deswegen ITler immer wahrscheinlich und da habe ich natürlich keine Overhead-Folien benutzen können ich hätte die natürlich ausdrucken können und Folien alles scheiße alles nervig und dann habe ich mich für die Digital-Variante entschieden war ja auch recht praktisch weil das war ein VHS-Gerät mit na sag schon mit Fernbedienung das heißt du konntest halt dann auch wie bei einer PowerPoint-Präsentation praktisch hin und her spulen mehr oder weniger und ja und der Lehrer fragt sich wahrscheinlich das war ein etwas älterer der fragt sich wahrscheinlich bis heute wie ich es geschafft habe meine Präsentation auf so einer VHS zu kriegen der hat dann der hat echt dann nochmal gefragt und der hat es glaube ich nicht verstanden wie ich das gemacht habe ja aber dann dann musst du ja irgendwie vom Fernseher und hast du dann ein Satellitensignal emuliert oder wie hast du das also der hat es überhaupt nicht verstanden dass es auch eine Möglichkeit gibt über Chinch damals über ja über was war ist ja analoge Signal glaube ich muss ja Chinch über Chinch dann halt von einer Videokarte vom PC aus das Signal in den Videorekorder einzuspeisen die Chinch Anschlüsse habe ich schon wieder komplett vergessen ganz verdrängt Skat und Chinch ja Skat kenne ich noch da da habe ich auch schon Probleme mit gehabt ja die die Playstation damals meine erste die PS2 die hatte ja damals auch Chinch und dann bist du ja dann auch da drauf und dann gab es ja Fernseher also diese ganzen Billigfernseher wo du ja als Kind eigentlich hast du ja keinen teuren Fernseher bekommen zumindest ich nicht da hast du dann halt irgendwie so einen Billigheimer gekriegt und der hatte dann nur Skat und dann hast du so einen Adapter gehabt so einen Adapter wo du hinten die Chinch-Stecker reinmachen musstest ja genau 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 ja das sind schon Geschichten mittlerweile Chinch ich weiß gerne nicht ob aktuelle Fernseher überhaupt noch Chinch oder Skat ich würde sagen ich schaue schon nicht an meinen Bildschirm aber das ist ein Computerbildschirm der hat keine andere Anschlüsse außer HDMI und ich glaube ein Displayport ja gut ja jetzt haben wir nochmal einen Ausflug gemacht aber das jetzt sind wir doch auf die zwei Stunden gekommen zwei alte Informatiker reden über obsolete Technik genau zwei Opas reden über den IT-Krieg oder über den Bender-Krieg der damals noch in den Kassettenrekordern so vor sich ging gut in diesem Sinne wünsche ich euch was und dann nehmt nochmal an der Umfrage teil ich weiß nicht wie oft ich das noch sagen soll umfrage-der-woche.kursofu.com oder auch einfach zusammengeschrieben umfrage-der-woche.kursofu.com wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt irgendwas kritisieren wollt wenn ihr uns hoffnungslos oder heftig beleidigen wollt schreibt uns ne E-Mail an tegtalk at kursofu.com dann wie immer der Hinweis uns gibt es natürlich auf zig Plattformen also falls ihr uns hier auf YouTube entdeckt habt und sagt hey da ist ja gar kein Bild ja ihr könnt uns auch auf Spotify hören auf iTunes auf Deezer auf zig Plattformen also eigentlich überall wo es Podcast gibt mehr oder weniger jede Podcast Plattform die nicht bei drei auf dem Baum war genau und ich nutze zum Beispiel für Podcasts also nicht für unseren eigenen weil den höre ich nicht mehr aber für Podcaster nutze ich Castbox FM ist ne ganz gute App die ist zwar manchmal ein bisschen verbuggt aber die kann man halt mobil oder plattformunabhängig nutzen also man kann am PC anfangen was zu hören und kann dann irgendwann aufs Mobilgerät weitergehen bis hin zu irgendwelchen smarten Speakern wie den Amazon Echo oder ja irgendwelche Apple Geräte kann man genau da kann man Google stimmt Google Home kann man dann einfach weiterhören das ist eine ganz gute Geschichte und ganz guter Podcast App Programm Dienst wie auch immer gut in diesem Sinne wir sind hier raus bis zum nächsten Mal macht's gut und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020